Ein Feldforscher macht auf Grönlands Eiskappe eine beunruhigende Entdeckung. Die Veränderungen, die ich vorfand, waren viel zu extrem. Da war noch etwas anderes am Werk. 2005 in Florida. Der Strand ist voller toter Meerestiere. Es scheint völlig unmöglich, doch die Heilige Schrift prophezeit, dass alles Leben im Meer sterben wird. 2004 löst ein Seebeben im Indischen Ozean einen verheerenden Tsunami aus und Experten befürchten das Schlimmste. Ein globales Erdbeben, so gewaltig, wie es in der Menschheitsgeschichte noch nie vorkam. 2009 bereiten sich Forscher auf eine weltweite Pandemie vor. Ich mache mir größte Sorgen. Ich bin an vorderster Front. Ich habe Familie. Sind das die von der Bibel prophezeiten Zeichen? Die biblischen Vorhersagen sind wie ein hochmoderner Nachrichtendienst des allmächtigen, allwissenden Gottes. Steuern wir unserem Ende entgegen? Chaos würde ausbrechen. Ein Riesenchaos. Erleben wir womöglich gerade die sieben Zeichen der Apokalypse. Im Laufe der Geschichte hat jede Zivilisation über ihren eigenen Untergang nachgedacht. Apokalypse kann man mit dem Lüften eines Schleiers übersetzen, der Enthüllung von etwas, das der Menschheit verborgen war. Den Schlüssel zur christlichen Prophezeiung der Apokalypse findet man im Buch der Offenbarungen, dem letzten Buch des Neuen Testaments. Die Offenbarung wurde von dem Propheten Johannes um 100 nach Christus auf Patmos geschrieben. Es ist das rätselhafteste und umstrittenste Buch der ganzen Bibel. Das Buch der Offenbarung soll das Bild der völligen Zerstörung der Erde als Vorbereitung auf den Tag des jüngsten Gerichts zeichnen. Gottes Plan für den Weltuntergang. Und im Buch der Offenbarung wird dieser Plan als Schriftrolle mit sieben Siegeln beschrieben. Johannes auf Patmos sagte vorher, dass jedes aufgebrochene Siegel eine weitere Katastrophe nach sich ziehe. Ein weiteres Zeichen des nahenden Weltuntergangs. Die Menschheit fürchtet diese Prophezeiung seit fast zwei Jahrtausenden. Seit Jesu Tod und Wiederauferstehung gab es unzählige falsche Messiasse, die das Ende vorhersagten. Wie dem auch sei, jeder Mensch, ob Atheist oder Scientologe, ob Hindu oder Christ, ob Katholik oder Jude, jeder weiß, dass die Apokalypse naht. Könnte die vor fast 2000 Jahren niedergeschriebene biblische Prophezeiung der sieben Zeichen jetzt wahr werden? Und kann die moderne Wissenschaft das Auftauchen der biblischen Zeichen bestätigen? Wissenschaftler sind sich einig, dass die Welt untergehen wird. Wissenschaftler sind sich auch einig, dass Weltuntergangsmerkmale, Phänomenen und Katastrophen ähneln, die in der Offenbarung beschrieben werden. Nicht einig sind sie sich darüber, ob dies Gottes Wille ist, wie in der Offenbarung prophezeit, oder ob es einfach ein zufälliges oder zwangsläufiges Ereignis ist. Laut dem Buch der Offenbarung sind die Warnzeichen, die den Beginn der Prophezeiung kennzeichnen, deutlich. Die vier apokalyptischen Reiter. Bibelwissenschaftler haben ihre Symbolik entschlüsselt. Je ein Reiter auf einem weißen, einem roten, einem schwarzen und einem aschfarbenen Pferd, die alle Schreckliches mitbringen. Wenn die Prophezeiung beginnt, ist der Schrecken, den die vier Reiter bringen, bereits angekommen. Der vierte Reiter auf dem aschfarbenen Pferd symbolisiert die Plage. Und als es das vierte Siegel öffnete und ich sah, ein fahres Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Der vierte apokalyptische Reiter ist eine unheimliche Prophezeiung. Das aschfahle Pferd steht für weltweite Plagen. Der Reiter steht für den Tod. Ein Großteil der Bevölkerung wird sterben. Trotz medizinischem Fortschritt sind Krankheiten weltweit Todesursache Nummer eins. Jedes Jahr sterben allein an Malaria über eine Million Menschen. Die Bedrohung durch eine weltweite Pandemie ist selbst für Fachärzte furchteinflößend. Ich mache mir größte Sorgen. Ich bin an vorderster Front. Ich habe Familie. Meine Kinder sind für diese Krankheiten gerüstet. Im Nachhinein ist es fast immer zu spät. Wir müssen uns viel stärker darauf konzentrieren, Impfstoffe und vorbeugende Maßnahmen gegen diese Krankheiten zu finden, bevor sie ausbrechen. Und Plagen sind nur ein Zeichen. Der dritte Reiter auf dem schwarzen Pferd steht für eine weitere Dimension der Vernichtung. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, Komm und sieh! Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Das schwarze Pferd steht für Tod und Hungersnot. Erhöhter Einsatz von Nutzpflanzen zur Biotreibstoffgewinnung ist für die weltweite Nahrungsmittelknappheit in den letzten Jahren mitverantwortlich. Womöglich ist das erst der Anfang. Die Nahrung reicht nicht für alle Menschen. Es wird ein Massensterben geben. Die gewaltige Lebensmittelknappheit wird zu großen Hungersnöten führen. Eine Katastropheneinsatzexpertin erläutert, wozu Nahrungsmittelknappheit führt. Chaos bricht aus. Ein Riesenchaos. Regeln werden missachtet, denn sofort würde der Überlebensmodus einsetzen. Nur noch man selbst und die eigene Familie sind einem wichtig. Man isst sich selbst der Nächste und nimmt seinem Nachbarn im Zweifel das Brot weg. Der zweite Reiter bringt eine noch größere Verheerung. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und ihm wurde gegeben, damit sie einander hinschlachten sollten. Das rote Pferd steht für Krieger und Konflikte auf der Erde. Beweise für dieses Zeichen umgeben uns bereits. Krieg, Völkermord, Terrorismus. Überall auf dem Globus gibt es unvorstellbares Leid. Aber wohin führt das alles? Wissenschaftler und Religionsexperten sind sich einig, dass die Vernichtung der Menschheit möglich ist. Jerry Jenkins, der Co-Autor von Die letzten Tage der Erde, glaubt, Naturkatastrophen scheinen immer schlimmer zu werden. Kriege und Konflikte zwischen Nationen finden erstens häufiger und zweitens globaler statt. Es scheint, als steuerten wir auf etwas ganz Verheerendes zu. Die Zeichen des vierten, dritten und zweiten Reiters umgeben uns bereits. Aber den größten Schrecken ruft der erste Reiter hervor. Die dunkelste Figur in der Bibel, direkt nach dem Teufel, ist der erste Reiter, der Antichrist. Bezüglich dieser Figur gibt es verschiedene Interpretationen. Menschen unterstellen die Existenz eines Antichristen und denken dabei an Horrorfilme, an 666 und einen Besessenen mit flammenden Augen. Aber er schreit nicht in Stadien, die mit Hakenkreuzen geschmückt sind und die Menschen sagen nicht. Er wird den Frieden predigen, und zwar in einer Zeit wie der heutigen, die geprägt von Krieg und Zwietracht ist. Er wird so überzeugend und friedliebend sein, dass die Menschen sich zu ihm hingezogen fühlen und sich lieber von ihm anstatt von all den Politikern leiten lassen wollen. Laut dem Buch der Offenbarung wird sich der Antichrist letztendlich der dunklen Seite zuwenden. Er spielt eine entscheidende Rolle beim letzten Zeichen, dem endzeitlichen Krieg. Armageddon. Der Schlüssel zu der restlichen Prophezeiung ist die Zahl 7. Der Autor der Offenbarung wurde, wie auch die anderen ersten Christen, als Jude geboren und erzogen. Und die heilige Zahl in der hebräischen Bibel ist die 7. Die Anzahl der Tage, in welchen Gott die Welt erschuf. Später kam eine Hungersnot, die sieben Jahre dauerte. Zuvor bescherte Gott Ägypten sieben fruchtbare Jahre. Dieses Thema, die Zahl 7, wiederholt sich immer wieder in der Bibel und gelangt im Buch der Offenbarung zur Vollendung. Die Gerichte im Buch der Offenbarung werden zunehmend heftiger. Zunächst kommen die sieben Siegel, dann die sieben Trompeten und die sieben Schalen. Ein kontinuierlicher Fluss, aber mit einem Crescendo. Und dieses Crescendo hat erst begonnen. Das nächste Zeichen ist die globale Vernichtung, vom Himmel selbst geschickt. Die sieben Zeichen im Buch der Offenbarung sagen weit mehr voraus als die sieben Katastrophen, die über die Menschen kommen. Die komplizierte Prophezeiung beschreibt sieben Katastrophen in sieben Zeichen innerhalb weiterer sieben Zeichen. Und ein bestimmter globaler Albtraum kommt wahrhaft vom Himmel. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde und der Himmel entwich und die Könige der Erde verbargen sich in den Knüften und in den Felsen der Berge. Vom Himmel fallende Objekte werden in der Offenbarung mehr als nur einmal erwähnt. Im Buch der Offenbarung wird Johannes' Vision, wie die Sterne vom Himmel fallen, beschrieben. Das kann ein heftiger Meteoritenschauer sein oder ein Meteoreinschlag oder ein Asteroidenaufprall auf der Erde. Sicher inspirierten Erzählungen von Kometen und Meteoren, die auf die Erde trafen, die Vision des Johannes. Im Laufe der Geschichte haben immer wieder Himmelsphänomene wie Kometen und Meteore die Menschen zutiefst verunsichert. Zu biblischen Zeiten gab es nur eine Macht, die Sterne vom Himmel fallen lassen konnte. Die plausibelste Erklärung war, dass Gott etwas tat, um seinen Unmut auszudrücken. Bibelwissenschaftler entdeckten ein immer wiederkehrendes Wort in der Bibel, das direkt mit den Prophezeiungen in Verbindung steht. Ein Stern, der seinen Namen einer bitterschmeckenden Pflanze verdankt. Und der dritte Engel stieß in die Posaune und er fiel ein großer Stern vom Himmel und der Name des Sternes heißt Wermut. Könnte diese Prophezeiung durch einen Asteroideneinschlag auf der Erde in Erfüllung gehen? Die Wormwood-Prophezeiung ist unheimlich. Sie verheißt Zerstörung und Tod für Menschen, Tiere und Pflanzen. Ein so schwerwiegendes Ereignis wird von der modernen Technologie ausfindig gemacht werden. Was Religion als Prophezeiung interpretiert, ist für Wissenschaftler wie Dr. Philip Plait Realität. Die mit Abstand größte Gefahr aus dem Himmel ist der Aufprall eines Asteroiden. Wählt man den Betrachtungszeitraum groß genug, wird es passieren. 100 Prozent. Ein großer Felsbrocken wird die Erde treffen, garantiert. Darauf kann man wetten. Die Erde wird regelmäßig von Meteoren getroffen. Meteore, die ernsthaft Schaden anrichten können, schlagen im Schnitt alle 100 Jahre ein. Könnte ein Asteroideneinschlag die Erde vollkommen zerstören? Einen Aufprall hat es bereits gegeben. Ein Eisenklotz von rund 45 Metern Durchmesser schlug vor 50.000 Jahren hier draußen in der Wüste ein. Die dabei freigesetzte Energie entsprach etwa 20 Megatonnen, also 20 Millionen Tonnen TNT, das gleichzeitig explodiert. Wissenschaftler sind der Meinung, dass vor 65 Millionen Jahren ein Asteroid mit der Erde kollidierte und einen unglaublichen Schaden verursachte. Unser Planet war verbrannt, eingeäschert. Ein 9,5 Kilometer großer Fels, größer als der Mount Everest, schlug auf der Yucatan-Halbinsel im Golf von Mexiko ein. Die frei werdende Energie war unglaublich. So viel Masse bei einer derartigen Geschwindigkeit entspricht 100 Millionen Megatonnen Energie. Die Energie also von 100 Millionen Tonnen Wasserstoffbomben. Der 9,5 Kilometer große Asteroid verursachte einen entsetzlichen Schaden. Die kinetische Energie wurde in Hitze umgewandelt. Beim Aufprall auf die Erdkruste verursachte sie eine gigantische Dunstglocke aus verdampftem Meerwasser und geschmolzenem Fels. Es entstanden Flutwellen, bestimmt 100 Meter hohe Tsunamis. Die Erde wurde erschüttert wie von einem Erdbeben der Stärke 12. Über den gesamten Planeten verstreute Trümmer traten wieder in die Atmosphäre ein und heizten sich wie Sternschnuppen mit rund 20 Millionen Megatonnen Energie auf. Binnen weniger Stunden tobte auf allen Kontinenten das Feuer. Es war buchstäblich die Hölle auf Erden. Kann ein Asteroid eine Apokalypse auslösen? Es gibt Anzeichen, dass es bereits geschah, nur noch nicht für den Menschen. Der Zusammenprall mit einem Asteroiden kann also passieren. Es stellt sich nur die Frage nach dem Wann. Das Arecibo-Observatorium beobachtet seit 1963 Objekte in unserem Sonnensystem und war bis vor kurzem das größte Teleskop der Welt. Radioteleskope wie das von Arecibo funktionieren nicht wie optische Teleskope, sondern elektronisch, wie Radargeräte. Mit dem 1 Megawatt-Radarsystem, vielleicht dem stärksten der Welt, beobachten wir Asteroiden und bekommen sehr präzise Informationen über ihre Flugbahn. Wir können unser Wissen über den Orbit von Objekten verbessern und beurteilen, ob sie eine Gefahr darstellen oder nicht. Die Erkenntnisse von religiöser und wissenschaftlicher Seite sind gleich alarmierend. Uns können Objekte gefährlich werden, die erheblichen Schaden anrichten können. Ab einem Durchmesser von 150 Metern ist das der Fall. Objekte in dieser Größe gibt es schätzungsweise 10.000 bis 20.000 und von 10.000 bis 30 Prozent davon wissen wir, wo sie sind. Vorsichtig geschätzt können 7.000 bis 14.000 Asteroiden für die Erde eine Gefahr darstellen. Ein kleinerer von 90 Metern Durchmesser könnte immerhin noch eine Stadt von der Größe Tokios zerstören. Wenn einer dieser Asteroiden die Wermut-Prophezeiung erfüllt, dann entsteht eine apokalyptische Zerstörung, wie sie die Menschheit noch nicht erlebt hat. Wenn ein Asteroid von mehreren hundert Metern Durchmesser, also in der Größe eines Fußballstadions, in die Erdatmosphäre eintritt, wird er sehr heiß. Wenn Sie zum Beispiel in New York stehen würden und er dort einschlüge, würden Sie am Himmel einen riesigen Feuerball sehen und Sie würden die Hitze spüren, wie von einer zweiten Sonne. Beim Näherkommen des Wermut-Asteroiden würde die Hitze immer stärker. Es wird immer heißer, als steckten Sie den Kopf in den heißen Backofen. Sie würden Feuer fangen und die Gebäude der Stadt ebenso. Binnen weniger Sekunden würde ganz Manhattan in Flammen stehen. Aber das Feuer würde nicht lange andauern. Das Feuer erlischt, sobald der Felsbrocken aufschlägt. Der Wermut-Asteroid würde einen enormen Krater schlagen. Durch die gewaltige Schockwelle würden die Häuser kilometerweit niedergerissen. Die Druckwelle und die Hitze würden wahrscheinlich die Insel Manhattan vollständig zerstören. Der unglaubliche Aufprall von Wormwood würde ein Drittel der Meeresfauna sowie die Küstenlinien zerstören. Das Meer würde vergiftet werden. Menschen, Pflanzen und Tiere würden sterben. Es entstünde eine kolossale Zerstörung von globalem Ausmaß. Noch verheerender für den Menschen wäre ein Phänomen, das sich in den Jahren nach dem Aufprall auswirkt. Der sogenannte Asteroiden-Winter. Das aus dem Krater emporgeschleuderte Material verdunkelt das Sonnenlicht. Wenn es lange genug dunkel bleibt, wird die Photosynthese eingestellt, was zu Pflanzensterben und zur Unterbrechung der Nahrungsmittelkette führt. Wir sprechen hier über unzählige Tote. Die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft wären gewaltig. Und in unzähligen Gegenden könnten keine Nutzpflanzen mehr angebaut werden. Hierbei handelt es sich also um Langzeiteffekte. Sie könnten jahrelang anhalten. Der Tod könnte also vom Himmel kommen, wie es der Prophet Johannes im Buch der Offenbarung beschreibt. Aber Wermut ist nur der Anfang auf dem Weg zur ultimativen biblischen Apokalypse. Könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis eine Plage Millionen von Menschen dahin rafft? Die sieben Zeichen der Apokalypse beschreiben furchtbare Katastrophen. Aber für diejenigen, die an die Prophezeiungen der Endzeit glauben, ist das Schlimmste schon im Anmarsch. Krankheiten. Jede Zivilisation seit Menschengedenken fürchtet sie. Selbst heute versetzen Epidemien die Menschheit in Angst und Schrecken. 2003 waren 29 Länder von SARS, dem schweren akuten Atemweg-Syndrom, betroffen. Seit 1972 hat die Malaria fast 100 Millionen Menschen getötet. Und Vogel- oder Schweinegrippe könnten jederzeit eine weltweite Pandemie entfachen. Diese Krankheiten stehen in Verbindung mit einem der sieben Zeichen. Und ich sah, und siehe ein fahles Pferd, und dessen Name ist der Tod. Dies ist eines der erschreckendsten Zeichen der gesamten Prophezeiung. Im gesamten Buch der Offenbarung gibt es zahlreiche Analogien zu Plagen. Zuallererst das fahle Pferd. Ich denke, dieses Pferd repräsentiert den Auslöser von Krankheiten und Plagen auf der Erde. Plagen treten mit Sicherheit ein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Kräfte der Hölle sind entfesselt. Es gibt Plagen, Krankheiten und die verschiedensten Todesarten. In der Bibel wird beschrieben, dass ein Viertel der Menschheit umkommen wird. Ein Viertel der Weltbevölkerung. Das sind über eine Milliarde Menschen. Tod. Das ist eine kaum vorstellbare Zahl. Ist da draußen wirklich etwas, das der Menschheit in dem Ausmaße Leid zufügen könnte? Auch hier kann die Wissenschaft Antworten liefern. Wir haben etwa alle zehn Jahre eine schlimme Virusart und alle hundert Jahre ein katastrophales pandemisches Virus. Das wissen wir. Das ist nichts Neues. Ein Blick auf unsere Geschichte genügt. Plagen und Pandemien reichen in der Menschheitsgeschichte zurück bis zu den Anfängen der Aufzeichnungen. Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, als Johannes auf der Insel Patmos das Buch der Offenbarung schrieb, waren Teile des heutigen Libyen, Ägypten und Syrien betroffen. Johannes hatte sicher Kenntnisse über diese Ausbrüche. Doch die tödlichste aller Plagen trat im Mittelalter auf. Der Schwarze Tod. In den 1340er Jahren wütete in Europa die Beulenpest und raffte 25 bis 50 Millionen Menschen dahin. Die Krankheit verursachte beulenartig geschwollene Lymphdrüsen, daher der Name Beulenpest. Bis zum Jahr 1400 hat die Krankheit weltweit 100 Millionen Todesopfer gefordert und die Bevölkerung Europas um 50 Prozent dezimiert. Im Mittelalter suchten viele die Antwort in der Bibel und glaubten, dass die Plage die Strafe Gottes war. Der Schwarze Tod war im mittelalterlichen Europa mit spirituellen Bedeutungen besetzt. Er war die klassische Form der Strafe, die Gott über die Erde brachte. Und zwar nicht nur in der Offenbarung, sondern auch in der biblischen Erzählung über die zehn Plagen in Ägypten, im Buch Exodus. Der Glaube, dass die Plage ein Anzeichen für Gottes Missfallen sei, hat eine lange Tradition und ist ganz auffällig im Buch der Offenbarung wiederzufinden. Als die Bevölkerung resistenter wurde, verschwand die Beulenpestplage wieder. Doch die Angst vor einer weiteren tödlichen Plage blieb jahrhundertelang. Die schlimmste Pandemie in der heutigen Zeit begann 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Die spanische Grippe war eine verheerende Krankheit, die über die ganze Welt fegte und Abermillionen Menschenleben forderte. Insgesamt forderte sie sogar mehr Todesopfer als der Erste Weltkrieg. Wir wissen nicht, wo die Ausbreitung der Krankheit begann. Nehmen heute aber an, dass sich ein mutiertes, von Mensch zu Mensch übertragbares Vogelgrippe-Virus rasant auf der ganzen Welt verbreitete. Ein Vogelgrippe-Virus klingt bekannt. Heute machen sich Wissenschaftler um ein anderes Vogelgrippe-Virus Sorgen, das sogenannte H5N1. In gewisser Weise ist die Gefahr sogar noch größer. Wenn das Virus mutiert und tatsächlich Menschen infizieren und von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, wäre das eine Katastrophe. Es könnten 50, 100 oder 150 Millionen Menschen daran sterben. Genau wie die Pandemie von 1918 würde sich ein mutiertes H5N1-Grippe-Virus schnell unter den Menschen ausbreiten. Aber heute leben wir in einer deutlich vernetzteren Welt. Die Infektion könnte rasend schnell außer Kontrolle geraten. Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Bacillen an einem Tag rund um die Welt gelangen können. Ein mit einer pandemischen Grippe infizierter Mensch hat eine Inkubationszeit von zwei Tagen. Wenn er nun in eine Gegend fliegt, in der man nichts von einer Pandemie ahnt, kann sich die Krankheit ausbreiten, lange bevor man sie entdeckt. Und das kann an verschiedenen Orten der Welt gleichzeitig geschehen. Wie viele Menschen kommen täglich durch den Flughafen von Los Angeles? Im Flugzeug angesteckt infiziert jemand schnell unzählige Menschen, mit denen er im Flughafenterminal zu tun hat. Dann zu Hause die Familie und die Menschen im Alltagsleben. Und man kann nichts dagegen unternehmen. Die Symptome des H5N1-Virus sind zunächst schwach, sodass eine infizierte Person die Risiken nicht erkennt. Die ersten Symptome eines pandemischen Virus sind wohl ähnlich wie bei einer normalen Grippe. Fieber, Husten, Gliederschmerzen. Man hat vielleicht eine laufende Nase, tränende Augen und Halsschmerzen. Aber die Krankheit schreitet schnell voran. Zuerst kommen Gliederschmerzen, Halsweh, Husten und dann bekommt man Atemnot. Der Krankheitsverlauf ist rasant. Man ist kurzatmig. Herzstillstand, Nierenversagen. Bis man ins Krankenhaus kommt, verstreichen eventuell schon vier Tage. Nach neun Tagen kann man tot sein. So schrecklich diese Vorhersagen klingen mögen, ist die Vogelgrippe nicht unsere größte Gefahr. Die bedrohlichste Plage ist unheilvolleren Ursprungs. Das Fahlepferd repräsentiert den Tod. Aber wie ich glaube, eine ganz bestimmte Art von Tod. Und zwar den Tod durch biologische Waffen. Entweder durch einen Terrorakt, eine Sicherheitslücke oder durch einen militärischen Konflikt. Eine zerbrochene Ampulle, ein verunglückter LKW. Es geht um die Lebensmittelversorgung. Zahlreiche gentechnisch entwickelte Plagen sind auf der Erde freigesetzt worden. Ein Mittel dagegen gibt es nicht. Sie verbreiten sich wie Lauffeuer. Millionen von Menschen sterben daran. Eine nicht aufzuhaltende Infektion bedarf nur weniger Wirte, um die ganze Bevölkerung anzustecken. John Barton ist Experte für Massenvernichtungswaffen. Deshalb versteht er auch die Gefahr, die von gentechnisch hergestellten Viren ausgeht. Beim derzeitigen Entwicklungsstand der Biotechnik halte ich sie für die größte Gefahr. Biologische Waffensysteme sind nur durch ihre Liefermenge begrenzt. Ein bioterroristischer Angriff wäre simpel. Die meisten Stoffe sind geruchs- und geschmacksneutral und wir wissen nicht einmal, wie wir auf einen bioterroristischen Angriff reagieren sollen. Antiviren oder Behandlungsverfahren sind nicht sofort einsatzbereit, da wir nicht gleich wissen, was es ist. Es dauert oft eine Weile, bis wir den richtigen Wirkstoff entwickelt haben. Angenommen, eine Terrorzelle besitzt ein über die Luft übertragbares, gentechnisch verändertes Virus, das sie in einer dicht besiedelten Gegend wie Los Angeles oder New York freisetzt. Dann werden unzählige Menschen angesteckt. Aufgrund des heutigen Reiseverhaltens kann ein Virenstamm problemlos über Wochen weltweit am Leben erhalten werden. Solch ein Virus wäre entsetzlich. Weltweit würden überlastete Krankenhäuser zur Katastrophenzone. Wir haben derzeit weder die Mittel noch die Einrichtungen, um mit dem Zustrom infizierter Patienten in Krankenhäuser und Notaufnahmen umgehen zu können. Alle Notaufnahmen wären voll, Krankenhausbetten belegt, alle Krankenschwestern, Ärzte und Notfallmediziner voll ausgelastet. Wie sollten in so einem Fall noch 10, 20 oder gar 50 weitere Patienten aufgenommen werden können? Es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Das System würde dem nicht standhalten können. Es könnte noch schlimmer kommen, wenn das Virus schnell mutiert und gegen alle Wirkstoffe resistent wird. Viren mutieren wesentlich schneller als Bakterien. Es muss nur ein einziges Virus in der richtigen Form mutieren und niemand würde überleben. Wenn ein Virus stark mutiert und bei der Übertragung verschiedene Stämme produziert, ist es nicht mehr zu bekämpfen. Egal wie groß die Armee ist, wie intensiv ihre Eindämmungsversuche, egal wie schnell Flughäfen geschlossen würden, die Verbreitung des Virus wäre nicht aufzuhalten. Apokalyptische Extremsituationen treten ein. Quarantäne, Massenpanik und schließlich der Zusammenbruch der Gesellschaft. Wäre die Krankheit oder Mutation heftig genug, wäre die Zahl der Todesopfer nicht mehr kontrollierbar. Wir wüssten nicht mehr, wohin mit den Toten. Leichname würden nicht mehr beseitigt, es gäbe Stromausfall, Sanitätsdienste wären überlastet. Bei einer entsprechenden Mutation wäre die Zahl der Toten so hoch, dass die Leichname auf den Straßen lägen. Es gäbe ein Massensterben, aber kein passendes Antibiotikum, denn es handelt sich um eine gentechnisch entwickelte Plage aus dem Labor. Und genau darauf bezieht sich das Buch der Offenbarung. Ich glaube nicht, dass Gott Krankheiten auf die Erde schickt. Er sagt eher, wenn ihr Krankheiten entwickeln wollt, dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Die biblische Prophezeiung einer globalen Plage, die die halbe Weltbevölkerung auslöscht, hätte heute eine ganz andere Dimension. Kommt sie vom Himmel, ist sie also gottgewollt, dann wird sie grausam. Könnte es daher nur eine Frage der Zeit sein, bis eine solche Katastrophe eintritt? Es herrscht Skepsis, was die biblischen sieben Zeichen der Apokalypse angeht. Sind die Plagen natürlichen Ursprungs? Von Menschen Hand geschaffen? Oder doch Zeichen einer überirdischen Kraft? Im Laufe unserer Erforschung der Prophezeiung kristallisiert sich ein Muster heraus. Es geht um ein dunkles Phänomen am Rande der menschlichen Kenntnisse, wo moderne Wissenschaft und uralte Prophezeiung zu verschwimmen beginnen. Das nächste Zeichen rückt dieses Phänomen ins Licht und offenbart eine neue Ebene von Schrecken und Zerstörung. Allein im vergangenen Jahrzehnt wurde die Erde von einer Reihe katastrophaler Erdbeben erschüttert. Dem Seebeben von 2004 und dem darauf folgenden Tsunami fielen mindestens 270.000 Menschen zum Opfer. 2008 wurden bei dem Erdbeben in China etwa 80.000 Menschen getötet. Und 2005 gab es eines in Pakistan, bei dem mehr als 80.000 Menschen starben. Hunderttausende Opfer leiden, darunter Frauen, Kinder, jung und alt. Besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Katastrophen und einer biblischen Prophezeiung? Wer an die sieben Zeichen glaubt, sieht einen deutlichen Zusammenhang. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Manche vermuten, dass das Schlimmste noch zu erwarten ist. So etwas gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie. So ein schweres weltweites Erdbeben, das die Menschen durch Mark und Bein erschüttern wird. Man muss sich heftige Erdbeben zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt vorstellen. Selbst Wissenschaftler sind von dieser Möglichkeit überzeugt. Wir planen nur für die USA. Aber wenn man beispielsweise an Bangladesch denkt, in der Hauptstadt Dakar könnte ein Erdbeben äußerst viele Todesopfer fordern. Handelt es sich hier nur um eine Andeutung einer von den sieben Zeichen prophezeiten Zerstörung? Nur ein weiterer Hinweis darauf, dass Gott die Menschen darauf aufmerksam machen will, dass sie ihn brauchen. Erdbeben spielen in der Prophezeiung eine zentrale Rolle. Dies verbirgt sich hinter dem sechsten Siegel. Im Buch der Offenbarung sind Erdbeben immer wieder Schlüsselgerichte Gottes, zum Beispiel in der siebten Zornschale. Dort ist die Rede von einem so schweren Erdbeben, wie es die Menschheit noch nicht erlebt hat. Berge auf der ganzen Erde werden dem Erdboden gleichgemacht. Inseln verschwinden, ganze Städte werden zerstört. Für Gläubige muss ein so schlimmes und zerstörerisches Erdbeben ein Akt Gottes sein. Gottes Urteile im Buch der Offenbarung sind zum Teil Steigerungen der Naturphänomene, die wir heute sehen. Ich glaube nicht, dass man heute die Erde betrachten und sagen kann, so ist es und so wird es sein. Es ist buchstäblich ein übernatürliches Ereignis. Wissenschaftler versuchen, große Erdbeben zu verstehen und vorherzusagen. Einer der führenden Experten ist Thomas Jordan, Leiter des südkalifornischen Erdbebenzentrums. Unter den Naturkatastrophen fordern Erdbeben die meisten Todesopfer. Seit Beginn der Geschichtsschreibung sind uns 20, 21 Erdbeben bekannt, die über 50.000 Menschenleben gefordert haben. Erdbeben ereignen sich entlang der Verwerfungslinien, also dort, wo sich die Kontinentalplatten übereinander schieben. Die Erdplatten wiegen Billionen von Tonnen, deshalb ist die bei einem Erdbeben frei werdende Energiemenge immens. Die Insel Patmos, wo das Buch der Offenbarung geschrieben wurde, liegt in einer seismisch sehr aktiven Gegend. Sehr wahrscheinlich hat Johannes auf Patmos die Schrecken von Erdbeben am eigenen Leib erfahren. Dasselbe gilt für seine ersten Leser, die Christen, die im Osten des Römischen Reichs lebten. Ihnen war die Ursache der Erdbeben klar. Sie waren das Urteil eines zornigen Gottes. Zum Schluss des Kapitels der sieben Zornschalen Gottes, wenn das große Erdbeben geschieht, herrscht große Furcht unter den Menschen. Und sie verstehen, dass sie dem Zorn Gottes entgegensehen. Heute versuchen Experten, wissenschaftliche Erkenntnisse aus diesen Katastrophen zu gewinnen. In Kalifornien haben Geologen tief in der San Andreas-Spalte, einer der weltweit gefährlichsten Erdbebenverwerfungslinien, empfindliche Instrumente installiert. Derzeit steht die Erdbebenforschung vor der Situation, Erdbeben noch nicht mit Sicherheit vorhersagen zu können. Hier wurde zum allerersten Mal in eine aktive tektonische Verwerfung gebohrt. Mithilfe der Beobachtungsstation mitten in der Verwerfungsgegend wollen Seismologen feststellen, ob Erdbebenvorhersagen überhaupt möglich sind. Eines ist Wissenschaftlern klar. Wir wissen, dass die Ereignisse stattfinden, nur nicht wann. Wer an die sieben Zeichen glaubt, sieht eine weit mächtigere Kraft entfesselt. Ich bin mir nicht sicher, ob wissenschaftliche Erklärungen überhaupt nötig sind. Wenn Gott ein Erdbeben beschließt, dann lässt er es einfach geschehen. Wir wissen, wodurch Erdbeben ausgelöst werden. Und wir wissen, dass sie auch in Zukunft stattfinden. Aber was müsste heute geschehen, um ein Erdbeben als ein vermeintliches Zeichen Gottes anzusehen? Um die Prophezeiung zu erfüllen, müsste es eine gewaltige Serie globaler Erdbeben geben, die die an den Verwerfungen gelegenen Städte erschüttern. San Francisco, Tokio, Shanghai, Athen, Istanbul. Auf der Liste stünden auch einige amerikanische Städte, besonders die in der Nähe der San Andreas-Verwerfung gelegenen. Sie verläuft vom südlichen Ende der USA durch die urbanen Gegenden von Los Angeles und San Francisco bis in den Norden Kaliforniens. Alina Dorian hat sich beruflich intensiv mit so einer Katastrophe beschäftigt. Der kritischste Zeitpunkt für ein Erdbeben wäre die Geschäftszeit. Der Großteil der Bevölkerung hielte sich an riskanten Orten wie Bürohochhäusern oder Straßen auf. Die Kinder wären in der Schule und von der Familie getrennt. Das wäre ein fürchterlich heftiges Ereignis. Der Boden könnte sich um drei bis sechs Meter bewegen. Es würde so heftig wackeln, dass die Menschen nicht mehr stehen könnten und hinfielen. Sich in der Nähe hoher Gebäude aufzuhalten, aus welchen die Fenster herausfielen, wäre ebenfalls sehr gefährlich. Alle Gegenstände, die aus nennenswerter Höhe fallen, sind wie Geschosse. Die Fenster in den Hochhäusern, die so konzipiert wurden, dass sie starkem Wind standhalten, sind wie Fallbeile. Allein dies würde ein riesiges Trauma verursachen. Alte Backsteingebäude würden in sich zusammenfallen. Dasselbe gilt für ältere Stahlbetonskelettbauwerke. Die Stockwerke würden aufeinanderfallen wie ein Stapel Pfandkuchen mit dazwischen eingeklemmten Menschen. Es gäbe Amputationen, Lungenkollapse, Quetschungen oder man verblutet, weil man nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommt. Selbst die modernen Stahlskelettwolkenkratzer in Los Angeles, die für starke Erdbeben konzipiert wurden, wären nicht absolut sicher. Die Gebäude würden zumindest schwanken und bei einem so starken Beben würden wir davon ausgehen, dass einige dieser Gebäude auch einstürzen. Das Erdbeben wäre innerhalb weniger Minuten zu Ende. Aber für die, die das Beben überleben, würde das Grauen erst beginnen. Durch defekte Gasleitung und Hochspannungskabel verursachte Brände würden sich über das ganze Stadtgebiet verbreiten. Wenn genügend Brände gleichzeitig entfachen, ist man nicht mehr in der Lage, sie zu löschen. Stattdessen werden die Brände immer größer und größer, bis sie schließlich zu einer Feuersbrunst ausgewachsen sind. Ein Großbrand nach dem Beben könnte wegen zerstörter Wasserleitung und Fahrbahn in Los Angeles Tage oder Wochen lang wüten. Unzählige in eingestürzten Gebäuden gefangene und schwerverletzte Menschen könnten verbrennen. Irgendwann würde selbst ein so großes Feuer von selbst erlöschen, aber die Überlebenden würden weiterhin leiden. Es ist nicht nur der Tod, der ist schlimm, aber die Überlebenden brauchen ein halbes bis zwei Jahre, bis wieder Normalität hergestellt ist. Und das gilt nicht nur für Kranke, sondern für Heimat- und Obdachlosgewordene, für Leute, die ihre Arbeit, ihren Besitz, ihre Familien verloren haben. Es ist unglaublich schwierig, nach so einem Erdbeben wieder zur Normalität zurückzugelangen, für Individuen, Systeme oder Unternehmen. Die Konsequenzen sind enorm. Und das ist nur eine Stadt, in einem Land auf der ganzen Erde. Unvorstellbar sind die Konsequenzen von weltweit simultan stattfindenden Erdbeben, vor allem in Entwicklungsländern. Die Häuser halten dem nicht stand, die Menschen können nirgendwo hin. Außerdem herrscht dort eine hohe Bevölkerungsdichte. Das muss man auch alles bedenken. Eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Erdbeben sind eine Warnung. Sie fanden seit Menschengedenken statt. Doch sind sie ein Hinweis darauf, dass Gott die Welt noch kontrolliert? Das folgende Zeichen dreht sich um eine weniger bekannte, dafür noch verheerendere Katastrophe. Der Tod von oben, verursacht durch eine der mächtigsten Kräfte des Universums. Bei den Untersuchungen der sieben Zeichen wurde klar, dass die prophezeiten Schrecken eintreten können. Für fromme Menschen, die an die Prophezeiung glauben, sind die Beweise deutlich. Gott schickt Zeichen um Zeichen und Ereignis um Ereignis, um die Menschen wachzurütteln. Liefern uns diese Anzeichen Hinweise darüber, wie die Welt untergehen und wann das jüngste Gericht eintreten könnte? Das Buch der Offenbarung soll das Bild der völligen Zerstörung der Erde als Vorbereitung auf den Tag des jüngsten Gerichts zeichnen. Die moderne Wissenschaft bestätigt sogar einige jüngste Gerichtsszenarien, die in den Prophezeiungen vorhergesagt wurden. Wissenschaftler sind sich einig, dass viele Weltuntergangsszenarien den Phänomenen und Katastrophen ähneln könnten, die in der Offenbarung beschrieben werden. Die Prophezeiungen im Buch der Offenbarung sind ein Crescendo von Katastrophen. Sieben Zeichen innerhalb von sieben Zeichen innerhalb von weiteren sieben Zeichen. Als wäre das nicht schon erschreckend genug, aber es gibt noch mehr Zeichen zu untersuchen. Das nächste Zeichen bedroht etwas derart Wichtiges, ohne dass es auf der Erde kein Leben gäbe. Jeden Tag geht unsere Sonne auf, bringt Licht und Wärme und ermöglicht so überhaupt erst Leben auf der Erde. Die bloße Existenz unserer Erde beruht auf den Sonnenstrahlen. Aber wir erforschen ja gerade die sieben Zeichen. Was wäre, wenn Sonne und Sterne Tod, Vernichtung und Dunkelheit bringen würden? Die biblische Prophezeiung besagt, wenn die vierte Posaune ertönt, bricht im Himmel die Hölle aus. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Buch der Offenbarung, Offenbarung 6, Vers 12. Das sechste Zeichen. Die Verdunkelung der Sonne. Die Sonne verdunkelt sich, und der Mond taucht in Blut. Hierbei handelt es sich um eine Übergangsphase zum Zorn Gottes oder zur großen Trübsal. Die Verdunkelung der Sonne, von der in der Prophezeiung gesprochen wird, ist meines Erachtens nichts von Menschenhand verursachtes, sondern es ist Gott selbst, der das Licht ausdreht. Die Sonne war für die Menschheit schon immer ein Objekt der Furcht und der Verehrung zugleich. Sonnenfinsternisse lösten bei unseren Vorfahren Panik aus. So entsetzlich war diese Erfahrung für sie. Aber dieses düstere Zeichen warnt vor mehr als nur den flüchtigen Effekten einer Finsternis. Bedeutet das sechste Zeichen eine dauerhafte Verdunkelung der Sonne? Werden wir in eine so verheerende kosmische Finsternis getaucht, dass man dies als Akt Gottes oder ein Zeichen der Apokalypse deuten kann? Wissenschaftler bestätigen diese Möglichkeit überraschenderweise. Und ironischerweise könnte die völlige Verdunkelung der Erde mit dem hellsten Licht im Universum beginnen. Gammastrahlen sind Teil des elektromagnetischen Spektrums und sehr hell. Gammastrahlen werden durch elektromagnetische Strahlung erzeugt und entstehen beim Zerfall von radioaktivem Material. Normales Licht ist wie eine Feder auf der Haut. Gammastrahlen wie eine Gewehrsalve. Ein Gammastrahl-Photon hat eine Milliarde Mal so viel Energie wie ein sichtbares Lichtphoton. Das macht es so gefährlich. Wirken sie auf Zellen ein, können sie diese teilen und sogar DNA-Moleküle zerstören. Gammastrahlen selbst wurden bereits vor einem Jahrhundert entdeckt, ihre Zerstörungskraft allerdings erst neuerdings. Dr. Neil Garrels erklärt, der Durchbruch in der Gammastrahlen-Forschung kam während des Kalten Krieges. Atomwaffen produzieren Gammablitze. 1963 einigten sich US-Präsident Kennedy und die UdSSR auf das Atomtest-Stop-Abkommen. Dieses Abkommen hat jegliche Atomwaffentests über der Erdatmosphäre verboten. Die USA haben eine Reihe von Satelliten mit Gammastrahlendetektoren gebaut, um die Einhaltung des Vertrages zu überwachen. Und siehe da, sie haben Gammastrahlen entdeckt. Aber diese Gammastrahlen kamen nicht aus Russland. Mehrere Satelliten nahmen die Blitze wahr. Sie kamen jedoch nicht von der Erde, sondern aus dem Weltall. Durch die Lokalisierung der Strahlen entdeckten die Wissenschaftler eine der größten Explosionen im Universum. Einen Gammablitz. Gammablitze kommen, was den Energieausstoß angeht, direkt nach dem Urknall. Soweit wir wissen, gibt es keine größere Explosion im Universum. Verursacht werden sie von einer Supernova, der Explosion eines großen Sterns. Der innere Teil des Sterns fällt in sich zusammen und bildet genau in der Mitte ein schwarzes Loch. Und aus diesem schwarzen Loch schießen zwei Energiestrahlen in entgegengesetzter Richtung heraus. Wie kosmische Schweißbrenner, Todesstrahlen. Diese Strahlen rasen mit Lichtgeschwindigkeit auseinander. Und die in ihnen gebündelte Energie ist atemberaubend, einfach unvorstellbar. In rund zehn Sekunden setzen diese dicht gebündelten Strahlen mehr Energie frei, als unsere Sonne in ihrer Gesamtlebensdauer von 15 Milliarden Jahren abgibt. Davon gibt es fast eine Million am Tag. Das passiert die ganze Zeit. Man kann über alles Mögliche reden. Über Asteroideneinschläge, Sonneneruptionen, schwarze Löcher im Sonnensystem. Aber ich glaube, es gibt nichts Schrecklicheres als Gammablitze. Alles, was innerhalb von tausend Lichtjahren auf dem Weg der Gammastrahlen liegt, wird schlicht verdampft. Gut, dass kein Stern nahe genug ist, um unseren Planeten zu verdampfen. Aber selbst die Strahlung eines mehrere tausend Lichtjahre entfernten Gammablitzes kann die Erde noch verwüsten. Und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sie bereits getroffen wurde. Vor hundert Millionen Jahren waren die krabbenähnlichen Trilobiten noch die Könige der Erde, oder genauer gesagt der Ozeane. Damals kam wahrscheinlich ein Gammablitz nahe genug an der Erde vorbei und hat die Trilobiten und viele andere Lebewesen ausgelöscht. Ein Massenaussterben größer noch als das der Dinosaurier. Gammablitze sind offensichtlich eine Gefahr für das Leben auf der Erde. Aber laut der Prophezeiung verdunkeln sich Sonne und Mond. Wie kann nun ein blendender Lichtblitz die Erde in die Finsternis befördern? Die Antwort liegt 8000 Lichtjahre entfernt. Der Stern heißt WR-104. Ich weiß, ein lustiger Name. Er ist nahe genug, um uns schaden zu können. Und vielleicht zielt er auf uns. Er erreicht das Ende seiner Lebensdauer und er könnte jederzeit explodieren. Was würde geschehen, wenn dieser ferne Stern explodiert? Es gibt keine Vorwarnung. Gammastrahlen sind selbst Licht und bewegen sich deshalb mit Lichtgeschwindigkeit. Da sich nichts schneller bewegt, sehen wir sie erst, wenn sie auf die Erde treffen. Und das wäre die Warnung. Wir würden den Strahl sehen und das war's. Obwohl WR-104 8000 Lichtjahre entfernt ist, kann er verheerende Veränderungen am Himmel auslösen. Eine gewaltige Lichtexplosion könnte uns, wie in den sieben Zeichen prophezeit, in Dunkelheit tauchen. Ein Gammablitz verändert die Chemie der Erdatmosphäre. Er kann eine dicke, rotbraune Smogschicht produzieren, die sich über die Erde legt und diese vom Sonnenlicht abschottet. Dies würde die Erdtemperatur senken und könnte eine Eiszeit auslösen. Photosynthese wäre nicht mehr möglich und alle Pflanzen würden sterben. Die plötzliche Veränderung könnte auch die entscheidende untere Ebene der Nahrungskette auslöschen. Veränderungen im mikroskopischen Leben in den Ozeanen verändern die Basis der Nahrungskette. Würde man in kurzer Zeit das gesamte Plankton vernichten, würde alles Leben sofort enden. Das ganze System würde zusammenbrechen, denn die einzelnen Elemente sind alle miteinander verknüpft. Gefangen unter verdunkeltem Himmel, auf einem gefrorenen, sterbenden Planeten. Die Auswirkungen von Gammablitzen wären für Menschen ein Albtraum. Wie der, der vor Jahrhunderten in der Bibel vorhergesagt wurde. Eine Prophezeiung, die für manche die Endzeit bedeutet. Am Ende der Zeit wird Chaos herrschen und alles wird auf dem Kopf stehen. Die Sonne, die einst Lichtquelle war, wird schwarz. Könnte die Bedeutung dieses Umbruchs der bevorstehende Wille Gottes, das Ende der Welt herbeizuführen, sein? Gott wendet sicher nichts explizit Wissenschaftliches an, um es geschehen zu lassen. Aber wenn es ein Gammablitz sein soll, dann benutzt er, was immer ihm zur Verfügung steht. In den Weiten des Alls gibt es keinen Hinweis darauf, ob und wenn ja, wann dies geschieht. Im Universum ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit und des Zufalls. Wenn unser Planet zufällig in der Nähe eines großen Sterns ist, der explodiert, war's das. Die Bedrohung dort draußen ist 8000 Lichtjahre entfernt. WR 104 könnte schon explodiert und seine tödlichen Gammastrahlen könnten schon auf dem Weg zu uns sein. So bedrohlich dieses Zeichen auch sein mag, der biblische Marsch in Richtung Apokalypse wird noch schlimmer. Eine Katastrophe, die die Bilder der Hölle selbst heraufbeschwört. Wissenschaftler führen im Yellowstone National Park Messungen durch. Etwas Seltsames geschieht. Könnte dies der Schauplatz einer biblischen Katastrophe sein? Könnte er zu den sieben Zeichen gehören? Und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde ein großer Berg ins Meer geworfen. Im zweiten Posaunengericht ist die Rede von einem großen Berg, der in den Ozean fällt. Das könnte ein Asteroid sein, aber es fallen die Begriffe Berg und Feuer. Ein aus dem Ozean explodierender Berg, aus dem Feuer ausbricht. Eine der gefährlichsten und zerstörerischsten Kräfte auf Erden. Könnte eines der sieben Zeichen ein Vulkan sein? Ein Blick zurück in die Antike liefert den Hinweis. Die für die Hölle charakteristischen Bilder von Feuer und Schwefel wurden von vulkanischer Magma und Schwefelgasen inspiriert. Wie auch andere Naturkatastrophen sahen die frühen Christen Vulkanausbrüche als Folge von Gottes Zorn. Der Vesuv brach 79 nach Christus aus, zu der Zeit, als Johannes auf Patmos das Buch der Offenbarung schrieb. Der Ausbruch begrub die römische Stadt Pompeji. Heiße Vulkanasche schloss viele Opfer ein. Er starrt in ihrem Todeskampf. Viele frühe Christen sahen dies als Gottesbestrafung des heidnischen römischen Reichs für die Verfolgung ihrer christlichen Brüder an. Einige nehmen an, ein Vulkanausbruch wäre ein Zeichen dafür, dass Gott die Erde unter Kontrolle hat, dass er diese Naturphänomene kontrolliert. Wir kennen die Kraft der Vulkane heute nur zu gut. 1980 der Mount St. Helens. 1991 der Pinatubo. Diese und unzählige andere Eruptionen haben den Menschen unendlich viel Schmerz und Leid gebracht. Damit aber ein Vulkanausbruch heute als eines der sieben Zeichen anerkannt wird, müsste er von beispiellosem Ausmaß sein. Wenn so ein brennender Berg in den Ozean stürzt, hat dies zur Folge, dass Leben auf dem Planeten Erde zerstört wird. Gibt es so große Vulkane, die eine Apokalypse auslösen könnten? Forschungsergebnisse bestätigen das. Sie können, wie in der Prophezeiung beschrieben, in den Ozeanen oder direkt unter uns versteckt sein. Das Phänomen heißt Supervulkan. Ein Supervulkan ist ein Vulkan, der bei einem einzigen Ausbruch 100 Kubikkilometer oder mehr Asche ausstößt. Das ist 100 bis 150 Mal mehr Asche, als der Mount St. Helens 1980 ausstieß. Und es gibt einige Supervulkane auf der Erde. Der Taupo in Neuseeland, ein beliebtes Angler-Resort auf der Nordinsel. Santorin in der Ägäis, die phlegräischen Felder im Westen von Neapel, wo mehrere hunderttausend Menschen leben. Auf der Erde gibt es mindestens acht Supervulkane. Aber sie sind schwer zu finden, denn sie haben nicht immer die Form eines Berges. Eine Eruption hinterlässt bei den meisten Vulkanen ein Krater. Ein heftiger Magma-Ausstoß reißt die Spitze weg. Eine extrem starke Eruption hinterlässt eine sogenannte Caldera. Eine strukturiertere, kesselförmige Mulde mit relativ steilen Wänden und einem Durchmesser von mehreren Dutzend Kilometern. Die Spitze stürzt in die ehemalige Magma-Kammer hinab. In den USA gibt es mehrere Supervulkankalderen. Einer der schönsten Orte Amerikas, könnte auch eine der größten Bedrohungen darstellen. Yellowstone ist ein großer, 40 Kilometer breiter und 60 Kilometer langer Vulkankrater. Man kann sich kaum vorstellen, dass eine einzige Eruption so viel Magma herausschleudert und ein Tal in eine bisher ebene Landschaft reißt. Genau das geschah beim Yellowstone-Vulkan. Mehrmals. Der Yellowstone hatte drei sehr starke Ausbrüche von etlichen hundert Kubikkilometern und mehr. Der jüngste vor 640.000 Jahren. Der Yellowstone ist in der Vergangenheit ausgebrochen und er wird auch in Zukunft ausbrechen. Die Frage ist nur, wann? Das Yellowstone-Plateau hebt sich im Schnitt rund 1,5 Zentimeter pro Jahr. Und zwar infolge des geschmolzenen Gesteins unterhalb des Plateaus. Wir haben nur nicht genügend Daten, um sagen zu können, ob dies in einer großen Eruption gipfeln wird. Die Daten, über die die Wissenschaftler verfügen, sprechen nicht für einen Ausbruch des Supervulkans Yellowstone. Nicht in den nächsten paar tausend Jahren. Doch wer an die sieben Zeichen glaubt, den überzeugen wissenschaftliche Daten nicht. Wenn es um Wissenschaft und die Bibel geht, habe ich nach genauer Untersuchung noch nichts in der Bibel gefunden, das wissenschaftlich widerlegt werden konnte. In einem sind sich Gläubige und Wissenschaftler einig. Egal ob Prophezeiung oder wissenschaftliche Daten, bei einem Ausbruch eines Supervulkans wären unsere Aussichten düster. Zunächst gehen wir zu einer Reihe von kleineren Eruptionen. Aufeinander folgende Ausbrüche an der Caldera-Peripherie. Sie stoßen ein Loch durch den Caldera-Rand und öffnen die Caldera-Kante, in dem das Eruptionszentrum an der Peripherie entlang wandert. In diesem Fall würde der gesamte Boden der Yellowstone-Caldera kollabieren. Eine gigantische Säule heißer Vulkan Asche und Gase würde 20 Kilometer hoch in die Atmosphäre schießen. Die Wolke bricht in sich zusammen und ergießt sich in einer Masse heißer Asche über die Erde, zum Teil mehrere hundert Kilometer in Flusstälern entlang. Nichts und niemand in diesem Bereich bliebe von den todbringenden Massen verschont. Von vorangegangenen Eruptionen wissen wir, dass die Opfer einen schrecklichen Tod erleiden. Die Menschen atmen die mörderischen heißen Gase ein und werden von innen gekocht. Die Asche in der Luft würde vom Westwind weggetragen. Die elf westlich gelegenen Bundesstaaten, einschließlich Kaliforniens, würden von einer Aschedecke überzogen. Der Korngürtel im Mittleren Westen der USA, von dem ein Großteil der am Existenzminimum lebenden Weltbevölkerung abhängt, würde zerstört. Das würde zu einer Neuordnung des geopolitischen Machtgleichgewichts führen. Langfristig wäre der Schaden noch schlimmer. Kleine Vulkanpartikel und Gase würden in der Stratosphäre zirkulieren und das Sonnenlicht von der Erde wegreflektieren. Ein vulkanischer Winter würde einsetzen, dem Asteroidenwinter nicht unähnlich. Die weltweite Durchschnittstemperatur könnte um 5 Grad Celsius sinken. Das hört sich nicht viel an, aber nur so viel trennt uns von der letzten Eiszeit. Wenn diese schrecklichen Ereignisse geschehen, erkennen Bibelgelehrte sie sofort als die vor tausenden von Jahren prophezeiten Ereignisse wieder, die nun eintreten. Im Gegensatz zu manchen Gläubigen sind sich Wissenschaftler bezüglich der Zukunft nicht so sicher. Supervulkanausbrüche können an mehreren Dutzend Orten auf der Erde stattfinden. Wir können nur versuchen, Anzeichen einer möglicherweise bevorstehenden Eruption zu erkennen, die Umgebung zu evakuieren und uns auf mögliche Konsequenzen vorzubereiten. Nicht sehr beruhigend. Ein weiteres Geheimnis erforscht und noch mehr offene Fragen. Das nächste Zeichen ist noch rätselhafter als Vulkane, aber mindestens so gewaltig. Es handelt sich um ein Phänomen, das unser lebenswichtiges Wasser rot wie Blut färbt. Wissenschaftler vermuten, dass das Leben im Ozean begann. Könnte es auch wegen des Meeres enden? Für die, die an die Sieden Zeichen glauben, lautet die Antwort Ja. 2005 wurde die Küste Floridas von einem gewaltigen Massensterben von Meerestieren heimgesucht. Mit Mistgabeln und Gasmasken bewaffnete Teams beseitigten Zehntausende verendeter Tiere, die vom Golf von Mexiko angeschwemmt wurden. 2007 betraf ein ähnlicher Vorfall die Küste Südkaliforniens und hinterließ die Strände übersät mit toten Seelöwen, Fischen, Vögeln und Walen. Bilder, die offenbar direkt aus dem Buch der Offenbarung stammten. Der Tod aller Lebewesen im Meer klingt zunächst unmöglich, weil das Meer so riesig ist. Und doch wird in der Schrift deutlich prophezeit, dass alles im Meer irgendwann sterben wird, im Laufe der Gerichte, die vom Himmel kommen. Es gibt also keinen Zweifel, es kann passieren und das wird es auch. Diese gewaltigen Todeswellen stehen in direktem Zusammenhang mit dem nächsten Zeichen der Prophezeiung. Und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer. In der zweiten Zornschale im Buch der Offenbarung steht, dass sich alle Flüsse auf der Erde in Blut verwandeln. In der dritten Schale steht, wie alle Ozeane zu Blut werden. Ein zorniger Gott, der Wasser in Blut verwandelt, ist ein immer wiederkehrendes Bild in der Bibel. Aber was bedeutet es? Gott verwandelt das Wasser zu Blut. Das bedeutet, dass die Fische sterben und dass man es nicht mehr trinken kann. Die Vorstellung, dass das Blut, das in den Venen der Lebewesen fließen sollte, in den Ozeanen und Flüssen schwimmt, ist ein Zeichen für Verschiebung, Umbruch oder einer Katastrophe, die Gott willens ist, über die Erde zu bringen, wenn er erzürnt ist. Und das ist der hebräischen Bibel zufolge in Ägypten geschehen. Und es wird, laut dem Buch der Offenbarung, auch in der Endzeit geschehen. Zu biblischen Zeiten hatte Blut eine stark symbolische Bedeutung. Blut war von Beginn der jüdisch-christlichen Tradition an immer ein Symbol großer Heiligkeit. Im Buch der Offenbarung ist es ebenso wichtig. Sogar die Menschen der Antike, die keine anatomischen Kenntnisse hatten, wussten, was durch ihren Körper fließt und sie am Leben hält, ist Blut. Das Symbol Blut ist also ein Symbol für das Leben und in einem erhabeneren Sinne des ewigen Lebens. Aber Blut kann auch ein mächtiges Symbol für den Tod sein. Jahrhundertelang wurde die Verwandlung von Wasser in Blut symbolisch interpretiert. Aber jetzt bietet die Wissenschaft eine andere Perspektive. Könnte es einen wissenschaftlichen Grund dafür geben, dass sich Wasser blutrot färbt? Im Laufe der Jahrhunderte haben die Ozeane der Welt immer wieder einen blutroten Farbton angenommen. Wenn das geschieht, sind die Strände übersät mit verendeten Meerestieren. Vom kleinen Fisch bis zum Wal stirbt alles und wird an Land gespült. Heute ist dieses Phänomen als Rote Flut bekannt. Die Rote Flut erklärt uns Dave Hutchins, ein führender Meeresökologe an der Universität von Südkalifornien. Rote Flut ist die landläufige Bezeichnung für einzellige Algen, die in küstennahem Wasser leben und Gifte produzieren. Sie bilden große Blüten, die wirklich zerstörerisch sein können. Einige unter diesen Organismen, die die Blüten ausbilden, haben eine rötliche Färbung. Und wenn es entsprechend viele sind, können sie das Wasser buchstäblich blutrot färben. Das Buch der Offenbarung wurde auf einer kleinen Insel im Ägäischen Meer geschrieben. Wahrscheinlich war die Rote Flut sowohl den örtlichen Fischern wie auch der breiten Bevölkerung, die die Prophezeiung gelesen hat, bekannt. Das Zeichen spricht von der Verwandlung aller irdischen Gewässer in Blut. Damit könnte durchaus das Phänomen der Roten Flut gemeint sein. Aber es müsste eine äußerst unnatürlich katastrophale Rote Flut sein, dass sie nur als Zeichen Gottes angesehen werden kann. Kann eine Rote Flut so tödlich sein? Wieder bietet die Wissenschaft eine überraschende Antwort. Die für die Rote Flut verantwortlichen Algen produzieren hochpotente Gifte, die für Menschen und andere Wirbeltiere tödlich sein können. Sie können denselben Schaden anrichten wie ein Nervengas. Die Hauptschuldigen sind filtrierende Schalentiere, Venusmuscheln und Miesmuscheln aller Art. Diese Organismen tun nichts anderes, als Wasser durch ein sehr feinmaschiges Netz zu pumpen und in ihren Mägen Algen herauszufiltern. Die meisten Vergiftungen mit Algengiften enthalten Schalentiervergiftung im Namen. Zum Beispiel amnestische Schalentiervergiftung, die zu Kurzzeitgedächtnisverlust führt. Paralytische Schalentiervergiftung, die Lähmungen verursacht. Neurologische Schalentiervergiftung, die die Atemwege beeinträchtigt. Davon gerät eine Menge in unseren Ernährungskreislauf, da wir einige dieser filtrierenden Meeresorganismen essen. Im Extremfall könnte sich die Bedrohung von der Nahrung, die wir essen, auf die Luft, die wir atmen, ausbreiten. Einige Arten dieser roten Flutalgen geben ihre Gifte ins Wasser ab. Von dort können sie über die Gischt in die Luft gelangen, wo Menschen sie einatmen können. Das wäre, als würden unsere Meere Wolken von Nervengas abgeben. Die Auswirkung auf die Menschen, die in Küstennähe leben, wäre verheerend. Wenn eine gigantische rote Flut alle Weltmeere zugleich treffe, würde ein Großteil der Meerestiere auf der Erde sterben. Ebenso die Menschen, die die Gifte der roten Flut essen und einatmen. Millionen von Menschen weltweit, die vom Meer als Nahrungsmittelquelle abhängig sind, würden verhungern. Das Ausmaß des menschlichen Leids und Sterbens wäre entsetzlich. Zweifellos würden viele dies als Erfüllung des siebten Zeichens sehen. Umweltverschmutzung und globale Erwärmung kippen das feine ökologische Gleichgewicht, das das Wachstum der roten Alge regelt, und treiben den weltweiten Anstieg der roten Flut zahlenmäßig und in ihrer Konzentration voran. Wenn dieses tödliche Gift weiterhin so gedeiht, könnte es unsere Meere überschwemmen. Wenn die giftigen Algen immer und immer wieder Überhand gewinnen, stehen wir vor einer überaus düsteren Situation. Diejenigen, die an die sieben Zeichen glauben, stimmen überein. Aber aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, Gott will dem rebellierenden Planeten Erde, dem Antichristen und seinen Mächten sagen, ihr habt mein Volk gepeinigt. Ihr habt sein Blut vergossen und Millionen von Menschen, die an Gott glaubten, getötet, indem ihr deren Blut nahmt. Als Strafe und allerletzte Warnung werde ich alle Flüsse und alle Ozeane der Welt zu Blut verwandeln. Dieses Zeichen könnte also als böses Omen weltweiter roter Fluten interpretiert werden. Auch hier besteht eine Verbindung zum nächsten Zeichen, bei dem die Zerstörung wieder von einer Quelle des Lebens stammt. Ungeheure Erdbeben, eine verheerende Plage, sterbende, rot gefärbte Ozeane. Alles wurde in der Offenbarung vorhergesagt und alles auf der Erde miterlebt. Diese Katastrophen müssen den Weltuntergang erst noch herbeiführen. Aber sind es vielleicht Wegweiser, Warnungen, dass noch weit Schlimmeres kommt? Hinweise auf eine weitere globale Katastrophe häufen sich. Im Jahre 1997 bemerkte ein Feldforscher in der kanadischen Arktis, 150 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, alarmierende Veränderungen. Die Veränderungen, die ich in der Arktis vorfand, waren viel zu extrem. Da war noch etwas anderes am Werk. Und ist es noch? Das ist eine Tatsache. Das ist real. Und es ist jetzt. Gewaltige Eisschollen spalten sich von der Antarktis ab. Hurricanes wüten mit unvorstellbarer Kraft im Atlantik. Wirbelstürme bringen hunderttausenden Menschen den Tod. Dürren zerstören große Teile der Erde und ganze Arten sterben in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit aus. Könnten diese Katastrophen mit einem Zeichen in Verbindung stehen? Das Buch der Offenbarung besagt, dass die sieben Siegel sieben Fanfaren hervorbringen und dass auf das Schmettern der siebten Fanfare sieben Schalen folgen. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Hitze. Menschen verbrennen in der Sonne. Eines der alarmierendsten Zeichen der Prophezeiung. Für Wissenschaftler gibt es unverkennbare Hinweise, dass ein Klimawandel bevorsteht. Die Erde erwärmt sich. Es gibt gewisse physikalische Prinzipien, die unumstößlich sind. Die Physik hinter der globalen Klimaveränderung ist absolut klar. Erhöhung der Konzentration atmosphärischer Treibhausgase führt zur Erwärmung des Planeten. Dem Gesetz entkommt man nicht. Für Mark Serenzi, einem Forscher des Nationalen Datenzentrums für Schnee und Eis, sind die Gründe für den Klimawechsel hausgemacht. Es wurde schnell deutlich, dass die Auswirkungen der globalen Erwärmung im Zusammenhang mit der Zunahme der Treibhausgase zu sehen sind. Mit all unseren Aktivitäten, sei es eine neue Stadt bauen, Ackerland bearbeiten, Autofahren und dabei Abgase in die Atmosphäre blasen, von denen wir wissen, dass sie schädlich sind, treiben wir die Erderwärmung voran. Und es geschieht viel schneller, als die Modelle es vorhergesagt haben. Das ist beängstigend. Religionswissenschaftler sehen den Beweis für die Klimaveränderung in einer größeren Prophezeiung, in einem weiteren Zeichen der drohenden Apokalypse. Die Menschen werden an Hitze, Sonnenstrahlen und Vergiftung sterben, das Wasser verdunstet. Die Sonnenstrahlen werden so sehr intensiviert, dass 50 Prozent der Weltbevölkerung sterben wird. Wir erleben beispiellose Naturkatastrophen. Wenn man in den Nachrichten jemand auf dem Dach seines Hauses sieht, weil es überflutet ist, dann ist es beängstigend. Wissenschaftler und Bibelforscher sind sich in einem Punkt einig. Wenn auch nicht in der Ursache, so doch immerhin darin. Unser Planet erhitzt sich und die Auswirkungen sind katastrophal. Nicht ob, sondern wann und wie heftig, das sind hier die Fragen. Und schließlich, welche Folgen sind zu erwarten. Ein Anstieg der Erdtemperatur, wenn auch nur um wenige Grad, könnte weltweit verheerende Konsequenzen haben. Die Veränderungen schreiten schnell voran. Der Meeresspiegel wird steigen. Es wird sehr wahrscheinlich heftigere Wirbelstürme geben. Dürren werden zunehmen. Streit und Konflikte werden sich zuspitzen. Mehr Terrorismus als Folgen der globalen Erwärmung? Das ist durchaus möglich. Ein Temperaturanstieg würde eine Kettenreaktion auslösen. Wir werden feststellen, dass sich der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt. Warum wird das so sein? Hauptsächlich, weil die Gletscher und Polkappen schneller schmelzen. Vor allem Grönland und die Antarktis tragen zum Anstieg der Meeresspiegel bei. Zusammen sind das mehr als 90 Meter Eis. Ein relativ geringer Anstieg des Meeresspiegels von nur 10 Metern würde Florida und die amerikanische Ostküste überschwemmen. Dadurch würden 25 Prozent der Bevölkerung der USA heimatlos. Vielleicht sollten Sie lieber kein Haus in Küstennähe kaufen, wenn Sie noch eine Weile darin wohnen wollen. Denn das Grundstück könnte verschwinden. Andere Wissenschaftler rechnen sogar mit einem Anstieg des Meeresspiegels von bis zu 90 Metern. Das würde zu einer wahrhaft biblischen Katastrophe führen. London, Venedig, Amsterdam, Berlin, sogar Paris stünden unter Wasser. Wenn man ein klimatisches System Treibhausgasen aussetzt, dann entsteht, wie man in den letzten 100 Jahren beobachten konnte, eine starke Erwärmung. Gleichzeitig würde die Erde von fürchterlichen Superstürmen verwüstet. Wirbelstürme nähren sich vom warmen Wasser der Ozeane. Diese erwärmen sich. Deshalb ist es logisch, dass wir in Zukunft stärkere Wirbelstürme erleben werden. Wir werden auch extremere Wetterverhältnisse anderer Art bekommen, zum Beispiel Gewitter. Wenn wir all das zusammenzählen, erhalten wir eine Summe von Veränderungen, mit der die Menschheit umgehen muss. Menschen in Entwicklungsländern wären zuerst betroffen. Hunderttausende könnten umkommen. Aber auch die westlichen Staaten blieben nicht verschont. Wir haben diese Arroganz zu denken, hier im Westen ist alles bestens. Wir kommen mit jeder Klimaveränderung zurecht. Aber wenn man sich zum Beispiel Katrina anschaut, darauf war der Westen nicht gefasst. Angreifbar sind wir letzten Endes alle. Ob wir auf globale Erwärmung gefasst sind oder nicht, ist reine Spekulation. Aber auf das nächste Zeichen kann man nicht gefasst sein. Ein globaler Krieg, der den Großteil der Menschheit auslöscht. Der letzte Kampf zwischen Gut und Böse. Die Offenbarung nennt es Harmageddon. Das letzte Geheimnis der sieben Zeichen ist sehr komplex. Das Buch der Offenbarung steckt voller traumähnlicher Symbolik und versteckter Hinweise. Die biblischen Vorhersagen sind wie ein hochmoderner Nachrichtendienst des allmächtigen, allwissenden Gottes. Wie der Geheimdienst CIA, der verschiedene Informationsfetzen unterschiedlicher Herkunft sinnvoll verknüpfen muss. So funktioniert auch die Prophezeiung in der Bibel. Die sieben Zeichen sind eigentlich komplexer, denn sie beinhalten mehr als die sieben Katastrophen. Es gibt drei Sätze von je sieben Gerichten. Sieben ist die perfekte Zahl. Sie ist die Zahl Gottes. Die Zahl des Antichristen hingegen ist die 666. Es gibt mehr als eine Interpretation der Prophezeiung. Einige Religionsführer haben sie missbraucht und ihre Anhänger in den Tod geführt. Selbst Bibelwissenschaftler sind sich bei der genauen Deutung der sieben Zeichen unsicher. Ob die Dinge wörtlich oder symbolisch gemeint sind, gilt abzuwarten. Plagen und Hungersnöte gab es auch schon vorher in der Menschheitsgeschichte. Ob genau diese Dinge in der heutigen Zeit von Gott herbeigeführt werden, um unsere Generation mit diesen Strafen zu konfrontieren, darüber können wir nur spekulieren. Aber eines ist sicher. Die Gerichte im Buch der Offenbarung spitzen sich zu. Das letzte Zeichen. Armageddon. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit ihm und mit seinem Heer. Laut dem Buch der Offenbarung erscheint der erste Reiter der Apokalypse wieder. Der Antichrist. Er ist gekommen, um sich Jesus selbst zu stellen. Es ist der letzte Kampf zwischen Gott und Satan. Gut gegen Böse. Dieser Krieg ist von entsetzlichem Ausmaß. Alle Nationen der Erde prallen in diesem Moment aufeinander. Armageddon bezieht sich auf einen konkreten Ort. In Israel gibt es einen Berg namens Har Megiddo. Das bedeutet der Berg von Megiddo. Es gab 21 Schlachten um die Herrschaft dieses Ortes. Nationen und Imperien kämpften immer und immer wieder. Die Prophezeiung von Armageddon hat ihre Spuren hinterlassen. Einige Schlachten wurden von den Kreuzrittern vom 11. bis zum 13. Jahrhundert geführt. Diese christlichen Krieger glaubten, sie würden die brutale Prophezeiung der sieben Zeichen erfüllen. Die Kreuzzüge wurden als Erfüllung der Prophezeiungen in der Offenbarung gesehen, weil die Armeen unter dem Kreuz Christi auf dem Weg ins Heilige Land waren, dem Schauplatz der Schlacht von Armageddon und weil sie Armeen von Ungläubigen, die sie als teuflisch ansahen, bekämpften. Bis heute hat die Prophezeiung von Armageddon die Vorstellungskraft der Menschen fest im Griff. Einige Gläubige denken, dass wir heute schon an der Schwelle zu Armageddon stehen. Wir leben in einer brutalen, chaotischen Welt. Bei all den Massenvernichtungswaffen, verbrecherischen Menschen und Nationen und Terroristen fürchten die Menschen, dass dies das Ende sein könnte. Für viele Menschen gehört ein drohender Atomkrieg schon immer zu dem Konzept von Armageddon. Wenn man sich die nukleare Aufrüstung ansieht, die russischen Kofferatombomben, die außerhalb der Sowjetunion verloren gegangen sind, die verheerende Plage der biologischen Kriegsführung, die in Laboren hergestellt und gelagert wurde. Zu keiner Zeit in der Geschichte verfügte die Menschheit über die Technologie, mit der sie die Erde binnen weniger Wochen ausradieren kann. Da weiterhin Massenvernichtungswaffen auftauchen, beschwören sogar weltliche Experten Bilder herauf, die die Prophezeiung widerspiegeln. Ein atomarer Schlagabtausch wäre möglich. Aber inwieweit mischen wir uns zur Verteidigung unserer eigenen Interessen ein? Wollen wir versuchen, die nukleare Gefahr abzuwenden oder hauen wir einfach drauf? Wenn die letzte Prophezeiung in einem atomaren Armageddon gipfelt, wäre das Ergebnis dasselbe wie das eines Asteroidenaufpralls oder eines Supervulkanausbruchs. Der Verwüstung durch den Krieg würde ein nuklearer Winter folgen. Eine riesige Wolke von radioaktivem Schutt würde die Welt in Dunkelheit hüllen. Die Erdtemperatur würde um mindestens 10 Grad sinken. Und wenn es noch schlimmer würde, hätten wir ein Problem. Und die Niederschläge, überwiegend in Form von Schnee, wären komplett radioaktiv. In dieser gefrorenen Hölle treffen wir auf die Apokalypse. Apokalypse bedeutet aber nicht nur unseren Untergang, sondern auch, dass etwas offenbart wird. Die Reise durch die sieben Zeichen erscheint wie eine endlose Litanei von Tod und Zerstörung. Angefangen bei den vier Reitern der Apokalypse, über das Crescendo entsetzlicher Katastrophen, bis hin zur letzten Schlacht, die alles auf der Erde zerstören könnte. Aber für Gläubige, die an die Prophezeiung glauben, sind die sieben Zeichen nicht der Countdown bis zur Endzeit. Die Zeichen signalisieren einen Neuanfang, einen alarmierenden und symbolischen Weckruf. Die Absicht dahinter ist, die Aufmerksamkeit einer rebellierenden Menschheit zu erregen, um sie wieder zurück zu sich selbst zu führen. Zu diesem Zeitpunkt wäre das Geheimnis der sieben Zeichen endlich offenbart. Denn inmitten der Verheerung des letzten Zeichens findet Hamageddon ein unerwartetes Ende. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, und er ergriff den Teufel und band ihn und warf ihn in den Abgrund. Hamageddon endet. Der Teufel ist bezwungen. Das Gute siegt über das Böse. Und eine 1000 Jahre andauernde Zeit des Friedens und der Freude bricht auf Erden an. Das Fazit ist, dass Gott nicht irgendein wütender Tyrann ist, der Blitze herniederschleudert. Gott ist Liebe. Und die Apokalypse ist die Enthüllung der ewigen Liebe. Darum geht es. Es geht nicht um Qualen und um Krankheiten. Es geht um die Liebe Gottes und den Beginn einer völlig neuen Welt. Die Prophezeiung soll die rebellierende Menschheit in Angst versetzen. Aber sie endet mit einem Zeichen der Hoffnung. Und unser Bedürfnis nach Hoffnung ist einer der Hauptgründe, warum viele glauben, dass die sieben Zeichen auch heute noch relevant sind. Das Buch der Offenbarung wurde nie mit tieferem Glauben gelesen als heute. Darin liegt eine gewisse Ironie, denn wir leben in einem Zeitalter der Wissenschaft, des hochentwickelten Wissens über das Hier und Jetzt. Und trotz all des Wissens gibt es Menschen, für die einzig ihre religiöse Überzeugung zählt. Und die dies als letzte Prüfung ansehen, ob man für immer im Paradies leben oder ewig im feurigen Pfuhl brennen wird. Offenbaren sich die sieben Zeichen jetzt? Trotz all unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse ist es unmöglich, das mit Gewissheit zu bestimmen. Aber eins kann gesagt werden. Die Prophezeiung ist heute ebenso mächtig und furchteinflößend wie in der Zeit, in der sie geschrieben wurde. Gammastrahl-Photon hat eine Milliarde Mal so viel Energie wie ein sichtbares Lichtphoton. Das macht es so gefährlich. Wirken sie auf Zellen ein, können sie diese teilen und sogar DNA-Moleküle zerstören. Gammastrahlen selbst wurden bereits vor einem Jahrhundert entdeckt, ihre Zerstörungskraft allerdings erst neuerdings. Dr. Neil Garrels erklärt, der Durchbruch in der Gammastrahlenforschung kam während des Kalten Krieges. Atomwaffen produzieren Gamma-Blitze. 1963 einigten sich US-Präsident Kennedy und die UdSSR auf das Atomtest-Stop-Abkommen. Dieses Abkommen hat jegliche Atomwaffentests über der Erdatmosphäre verboten. Die USA haben eine Reihe von Satelliten mit Gammastrahlendetektoren gebaut, um die Einhaltung des Vertrages zu überwachen. Und siehe da, sie haben Gammastrahlen entdeckt. Aber diese Gammastrahlen kamen nicht aus Russland. Mehrere Satelliten nahmen die Blitze wahr. Sie kamen jedoch nicht von der Erde, sondern aus dem Weltall. Durch die Lokalisierung der Strahlen entdeckten die Wissenschaftler eine der größten Explosionen im Universum. Einen Gammablitz. Gammablitze kommen, was den Energieausstoß angeht, direkt nach dem Urknall. Soweit wir wissen, gibt es keine größere Explosion im Universum. Verursacht werden sie von einer Supernova, der Explosion eines großen Sterns. Der innere Teil des Sterns fällt in sich zusammen und bildet genau in der Mitte ein schwarzes Loch. Und aus diesem schwarzen Loch schießen zwei Energiestrahlen in entgegengesetzter Richtung heraus. Wie kosmische Schweißbrenner, Todesstrahlen. Diese Strahlen rasen mit Lichtgeschwindigkeit auseinander. Und die in ihnen gebündelte Energie ist atemberaubend, einfach unvorstellbar. In rund zehn Sekunden setzen diese dicht gebündelten Strahlen mehr Energie frei, als unsere Sonne in ihrer Gesamtlebensdauer von 15 Milliarden Jahren abgibt. Davon gibt es fast eine Million am Tag. Das passiert die ganze Zeit. Man kann über alles Mögliche reden. Über Asteroideneinschläge, Sonneneruptionen, schwarze Löcher im Sonnensystem. Aber ich glaube, es gibt nichts Schrecklicheres als Gammablitze. Alles, was innerhalb von tausend Lichtjahren auf dem Weg der Gammastrahlen liegt, wird schlicht verdampft. Gut, dass kein Stern nahe genug ist, um unseren Planeten zu verdampfen. Aber selbst die Strahlung eines mehrere tausend Lichtjahre entfernten Gammablitzes kann die Erde noch verwüsten. Und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sie bereits getroffen wurde. Vor hunderten Millionen Jahren waren die krabbenähnlichen Trilobiten noch die Könige der Erde, oder genauer gesagt der Ozeane. Damals kam wahrscheinlich ein Gammablitz nahe genug an der Erde vorbei und hat die Trilobiten und viele andere Lebewesen ausgelöscht. Ein Massenaussterben größer noch als das der Dinosaurier. Gammablitze sind offensichtlich eine Gefahr für das Leben auf der Erde. Aber laut der Prophezeiung verdunkeln sich Sonne und Mond. Wie kann nun ein blendender Lichtblitz die Erde in die Finsternis befördern? Die Antwort liegt 8000 Lichtjahre entfernt. Der Stern heißt WR-104. Ich weiß, ein lustiger Name. Er ist nahe genug, um uns schaden zu können. Und vielleicht zielt er auf uns. Er erreicht das Ende seiner Lebensdauer und er könnte jederzeit explodieren. Was würde geschehen, wenn dieser ferne Stern explodiert? Es gibt keine Vorwarnung. Gammastrahlen sind selbst Licht und bewegen sich deshalb mit Lichtgeschwindigkeit. Da sich nichts schneller bewegt, sehen wir sie erst, wenn sie auf die Erde treffen. Und das wäre die Warnung. Wir würden den Strahl sehen und das war's. Obwohl WR-104 8000 Lichtjahre entfernt ist, kann er verheerende Veränderungen am Himmel auslösen. Eine gewaltige Lichtexplosion könnte uns, wie in den Siebenzeichen prophezeit, in Dunkelheit tauchen. Ein Gammablitz verändert die Chemie der Erdatmosphäre. Er kann eine dicke, rotbraune Smogschicht produzieren, die sich über die Erde legt und diese vom Sonnenlicht abschottet. Dies würde die Erdtemperatur senken und könnte eine Eiszeit auslösen. Photosynthese wäre nicht mehr möglich und alle Pflanzen würden sterben. Die plötzliche Veränderung könnte auch die entscheidende untere Ebene der Nahrungskette auslöschen. Veränderungen im mikroskopischen Leben in den Ozeanen verändern die Basis der Nahrungskette. Würde man in kurzer Zeit das gesamte Plankton vernichten, würde alles Leben sofort enden. Das ganze System würde zusammenbrechen, denn die einzelnen Elemente sind alle miteinander verknüpft. Gefangen unter verdunkeltem Himmel, auf einem gefrorenen, sterbenden Planeten. Die Auswirkungen von Gammablitzen wären für Menschen ein Albtraum. Wie der, der vor Jahrhunderten in der Bibel vorhergesagt wurde. Eine Prophezeiung, die für manche die Endzeit bedeutet. Am Ende der Zeit wird Chaos herrschen und alles wird auf dem Kopf stehen. Die Sonne, die einst Lichtquelle war, wird schwarz. Könnte die Bedeutung dieses Umbruchs der bevorstehenden Wille Gottes, das Ende der Welt herbeizuführen sein? Gott wendet sicher nichts explizit Wissenschaftliches an, um es geschehen zu lassen. Aber wenn es ein Gammablitz sein soll, dann benutzt er, was immer ihm zur Verfügung steht. In den Weiten des Alls gibt es keinen Hinweis darauf, ob und wenn ja, wann dies geschieht. Im Universum ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit und des Zufalls. Wenn unser Planet zufällig in der Nähe eines großen Sterns ist, der explodiert, war's das. Die Bedrohung dort draußen ist 8000 Lichtjahre entfernt. WR 104 könnte schon explodiert. Und seine tödlichen Gammastrahlen könnten schon auf dem Weg zu uns sein. So bedrohlich dieses Zeichen auch sein mag, der biblische Marsch in Richtung Apokalypse wird noch schlimmer. Eine Katastrophe, die die Bilder der Hölle selbst heraufbeschwört. Wissenschaftler führen im Yellowstone National Park Messungen durch. Etwas Seltsames geschieht. Könnte dies der Schauplatz einer biblischen Katastrophe sein? Könnte er zu den sieben Zeichen gehören? Und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde ein großer Berg ins Meer geworfen. Im zweiten Posaunengericht ist die Rede von einem großen Berg, der in den Ozean fällt. Das könnte ein Asteroid sein, aber es fallen die Begriffe Berg und Feuer. Ein aus dem Ozean explodierender Berg, aus dem Feuer ausbricht. Eine der gefährlichsten und zerstörerischsten Kräfte auf Erden. Könnte eines der sieben Zeichen ein Vulkan sein? Ein Blick zurück in die Antike liefert den Hinweis. Die für die Hölle charakteristischen Bilder von Feuer und Schwefel wurden von vulkanischer Magma und Schwefelgasen inspiriert. Wie auch andere Naturkatastrophen sahen die frühen Christen Vulkanausbrüche als Folge von Gottes Zorn. Der Vesuv brach 79 nach Christus aus, zu der Zeit, als Johannes auf Patmos das Buch der Offenbarung schrieb. Der Ausbruch begrub die römische Stadt Pompeji. Heiße Vulkanasche schloss viele Opfer ein. Er starrt in ihrem Todeskampf. Viele frühe Christen sahen dies als Gottesbestrafung des heidnischen römischen Reichs für die Verfolgung ihrer christlichen Brüder an. Einige nehmen an, ein Vulkanausbruch wäre ein Zeichen dafür, dass Gott die Erde unter Kontrolle hat, dass er diese Naturphänomene kontrolliert. Wir kennen die Kraft der Vulkane heute nur zu gut. 1980 der Mount St. Helens, 1991 der Pinatubo. Diese und unzählige andere Eruptionen haben den Menschen unendlich viel Schmerz und Leid gebracht. Damit aber ein Vulkanausbruch heute als eines der sieben Zeichen anerkannt wird, müsste er von beispiellosem Ausmaß sein. Wenn so ein brennender Berg in den Ozean stürzt, hat dies zur Folge, dass Leben auf dem Planeten Erde zerstört wird. Gibt es so große Vulkane, die eine Apokalypse auslösen könnten? Forschungsergebnisse bestätigen das. Sie können, wie in der Prophezeiung beschrieben, in den Ozeanen oder direkt unter uns versteckt sein. Das Phänomen heißt Supervulkan. Ein Supervulkan ist ein Vulkan, der bei einem einzigen Ausbruch 100 Kubikkilometer oder mehr Asche ausstößt. Das ist 100 bis 150 Mal mehr Asche, als der Mount St. Helens 1980 ausstieß. Und es gibt einige Supervulkane auf der Erde. Der Taupo in Neuseeland, ein beliebtes Angler-Resort auf der Nordinsel. Santorin in der Ägäis, die pflegräischen Felder im Westen von Neapel, wo mehrere hunderttausend Menschen leben. Auf der Erde gibt es mindestens acht Supervulkane, aber sie sind schwer zu finden, denn sie haben nicht immer die Form eines Berges. Eine Eruption hinterlässt bei den meisten Vulkanen ein Krater. Ein heftiger Magma-Ausstoß reißt die Spitze weg. Eine extrem starke Eruption hinterlässt eine sogenannte Caldera. Eine strukturiertere, kesselförmige Mulde mit relativ steilen Wänden und einem Durchmesser von mehreren Dutzend Kilometern. Die Spitze stürzt in die ehemalige Magma-Kammer hinab. In den USA gibt es mehrere Supervulkankalderen. Einer der schönsten Orte Amerikas könnte auch eine der größten Bedrohungen darstellen. Yellowstone ist ein großer, 40 Kilometer breiter und 60 Kilometer langer Vulkankrater. Man kann es nicht mehr. Der schwarze Tod war im mittelalterlichen Europa mit spirituellen Bedeutungen besetzt. Er war die klassische Form der Strafe, die Gott über die Erde brachte. Und zwar nicht nur in der Offenbarung, sondern auch in der biblischen Erzählung über die zehn Plagen in Ägypten, im Buch Exodus. Der Glaube, dass die Plage ein Anzeichen für Gottes Missfallen sei, hat eine lange Tradition und ist ganz auffällig im Buch der Offenbarung wiederzufinden. Als die Bevölkerung resistenter wurde, verschwand die Beulenpestplage wieder. Doch die Angst vor einer weiteren tödlichen Plage blieb jahrhundertelang. Die schlimmste Pandemie in der heutigen Zeit begann 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Die spanische Grippe war eine verheerende Krankheit, die über die ganze Welt fegte und Abermillionen Menschenleben forderte. Insgesamt forderte sie sogar mehr Todesopfer als der Erste Weltkrieg. Wir wissen nicht, wo die Ausbreitung der Krankheit begann. Nehmen heute aber an, dass sich ein mutiertes, von Mensch zu Mensch übertragbares Vogelgrippe-Virus rasant auf der ganzen Welt verbreitete. Ein Vogelgrippe-Virus klingt bekannt. Heute machen sich Wissenschaftler um ein anderes Vogelgrippe-Virus Sorgen, das sogenannte H5N1. In gewisser Weise ist die Gefahr sogar noch größer. Wenn das Virus mutiert und tatsächlich Menschen infizieren und von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, wäre das eine Katastrophe. Es könnten 50, 100 oder 150 Millionen Menschen daran sterben. Genau wie die Pandemie von 1918 würde sich ein mutiertes H5N1-Grippe-Virus schnell unter den Menschen ausbreiten. Aber heute leben wir in einer deutlich vernetzteren Welt. Die Infektion könnte rasend schnell außer Kontrolle geraten. Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Bacillen an einem Tag rund um die Welt gelangen können. Ein mit einer pandemischen Grippe infizierter Mensch hat eine Inkubationszeit von zwei Tagen. Wenn er nun in eine Gegend fliegt, in der man nichts von einer Pandemie ahnt, kann sich die Krankheit ausbreiten, lange bevor man sie entdeckt. Und das kann an verschiedenen Orten der Welt gleichzeitig geschehen. Wie viele Menschen kommen täglich durch den Flughafen von Los Angeles? Im Flugzeug angesteckt infiziert jemand schnell unzählige Menschen, mit denen er im Flughafenterminal zu tun hat. Dann zu Hause die Familie und die Menschen im Alltagsleben. Und man kann nichts dagegen unternehmen. Die Symptome des H5N1-Virus sind zunächst schwach, sodass eine infizierte Person die Risiken nicht erkennt. Die ersten Symptome eines pandemischen Virus sind wohl ähnlich wie bei einer normalen Grippe. Fieber, Husten, Gliederschmerzen. Man hat vielleicht eine laufende Nase, tränende Augen und Halsschmerzen. Aber die Krankheit schreitet schnell voran. Zuerst kommen Gliederschmerzen, Halsweh, Husten und dann bekommt man Atemnot. Der Krankheitsverlauf ist rasant. Man ist kurzatmig. Herzstillstand, Nierenversagen. Bis man ins Krankenhaus kommt, verstreichen eventuell schon vier Tage. Nach neun Tagen kann man tot sein. So schrecklich diese Vorhersagen klingen mögen, ist die Vogelgrippe nicht unsere größte Gefahr. Die bedrohlichste Plage ist unheilvolleren Ursprungs. Das fahle Pferd repräsentiert den Tod. Aber wie ich glaube, eine ganz bestimmte Art von Tod. Und zwar den Tod durch biologische Waffen. Entweder durch einen Terrorakt, eine Sicherheitslücke oder durch einen militärischen Konflikt. Eine zerbrochene Ampulle, ein verunglückter LKW. Es geht um die Lebensmittelversorgung. Zahlreiche gentechnisch entwickelte Plagen sind auf der Erde freigesetzt worden. Ein Mittel dagegen gibt es nicht. Sie verbreiten sich wie Lauffeuer. Millionen von Menschen sterben daran. Eine nicht aufzuhaltende Infektion bedarf nur weniger Wirte, um die ganze Bevölkerung anzustecken. John Barton ist Experte für Massenvernichtungswaffen. Deshalb versteht er auch die Gefahr, die von gentechnisch hergestellten Viren ausgeht. Beim derzeitigen Entwicklungsstand der Biotechnik halte ich sie für die größte Gefahr. Biologische Waffensysteme sind nur durch ihre Liefermenge begrenzt. Ein bioterroristischer Angriff wäre simpel. Die meisten Stoffe sind geruchs- und geschmacksneutral und wir wissen nicht einmal, wie wir auf einen bioterroristischen Angriff reagieren sollen. Antiviren oder Behandlungsverfahren sind nicht sofort einsatzbereit, da wir nicht gleich wissen, was es ist. Es dauert oft eine Weile, bis wir den richtigen Wirkstoff entwickelt haben. Angenommen, eine Terrorzelle besitzt ein über die Luft übertragbares, gentechnisch verändertes Virus, das sie in einer dicht besiedelten Gegend wie Los Angeles oder New York freisetzt, dann werden unzählige Menschen angesteckt. Aufgrund des heutigen Reiseverhaltens kann ein Virenstamm problemlos über Wochen weltweit am Leben erhalten werden. Solch ein Virus wäre entsetzlich. Weltweit würden überlastete Krankenhäuser zur Katastrophenzone. Wir haben derzeit weder die Mittel noch die Einrichtungen, um mit dem Zustrom infizierter Patienten in Krankenhäuser und Notaufnahmen umgehen zu können. Alle Notaufnahmen wären voll, Krankenhausbetten belegt, alle Krankenschwestern, Ärzte und Notfallmediziner voll ausgelastet. Wie sollten in so einem Fall noch 10, 20 oder gar 50 weitere Patienten aufgenommen werden können? Es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Das System würde dem nicht standhalten können. Es könnte noch schlimmer kommen, wenn das Virus schnell mutiert und gegen alle Wirkstoffe resistent wird. Viren mutieren wesentlich schneller als Bakterien. Es muss nur ein einziges Virus in der richtigen Form mutieren und niemand würde überleben. Wenn ein Virus stark mutiert und bei der Übertragung verschiedene Stämme produziert, ist es nicht mehr zu bekämpfen. Egal wie groß die Armee ist, wie intensiv ihre Eindämmungsversuche, egal wie schnell Flughäfen geschlossen würden, die Verbreitung des Virus wäre nicht aufzuhalten. Apokalyptische Extremsituationen treten ein. Quarantäne, Massenpanik und schließlich der Zusammenbruch der Gesellschaft. Wäre die Krankheit oder Mutation heftig genug, wäre die Zahl der Todesopfer nicht mehr kontrollierbar. Wir wüssten nicht mehr, wohin mit den Toten. Leichname würden nicht mehr beseitigt. Es gäbe Stromausfall. Sanitätsdienste wären überlastet. Bei einer entsprechenden Mutation wäre die Zahl der Toten so hoch, dass die Leichname auf den Straßen lägen. Es gäbe ein Massensterben, aber kein passendes Antibiotikum. Denn es handelt sich um eine gentechnisch entwickelte Plage aus dem Labor. Und genau darauf bezieht sich das Buch der Offenbarung. Ich glaube nicht, dass Gott Krankheiten auf die Erde schickt. Er sagt eher, wenn ihr Krankheiten entwickeln wollt, dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Die biblische Prophezeiung einer globalen Plage, die die halbe Weltbevölkerung auslöscht, hätte heute eine ganz andere Dimension. Kommt sie vom Himmel, ist sie also Gott gewollt, dann wird sie grausam. Könnte es daher nur eine Frage der Zeit sein, bis eine solche Katastrophe eintritt? Es herrscht Skepsis, was die biblischen sieben Zeichen der Apokalypse angeht. Sind die Plagen natürlichen Ursprungs? Von Menschen Hand geschaffen? Oder doch Zeichen einer überirdischen Kraft? Im Laufe unserer Erforschung der Prophezeiung kristallisiert sich ein Muster heraus. Es geht um ein dunkles Phänomen am Rande der menschlichen Kenntnisse, wo moderne Wissenschaft und uralte Prophezeiung zu verschwimmen beginnen. Das nächste Zeichen rückt dieses Phänomen ins Licht und offenbart eine neue Ebene von Schrecken und Zerstörung. Allein im vergangenen Jahrzehnt wurde die Erde von einer Reihe katastrophaler Erdbeben erschüttert. Dem Seebeben von 2004 und dem darauf folgenden Tsunami fielen mindestens 270.000 Menschen zum Opfer. 2008 wurden bei dem Erdbeben in China etwa 80.000 Menschen getötet. Und 2005 gab es eines in Pakistan, bei dem mehr als 80.000 Menschen starben. Hunderttausende Opfer leiden, darunter Frauen, Kinder, Jung und Alt. Besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Katastrophen und einer biblischen Prophezeiung? Wer an die sieben Zeichen glaubt, sieht einen deutlichen Zusammenhang. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Manche vermuten, dass das Schlimmste noch zu erwarten ist. So etwas gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie. So ein schweres weltweites Erdbeben, das die Menschen durch Mark und Bein erschüttern wird. Man muss sich heftige Erdbeben zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt vorstellen. Selbst Wissenschaftler sind von dieser Möglichkeit überzeugt. Wir planen nur für die USA. Aber wenn man beispielsweise an Bangladesch denkt, in der Hauptstadt Dakar könnte ein Erdbeben äußerst viele Todesopfer fordern. Handelt es sich hier nur um eine Andeutung einer von den sieben Zeichen prophezeiten Zerstörung? Nur ein weiterer Hinweis darauf, dass Gott die Menschen darauf aufmerksam machen will, dass sie ihn brauchen. Erdbeben spielen in der Prophezeiung eine zentrale Rolle. Dies verbirgt sich hinter dem sechsten Siegel. Im Buch der Offenbarung sind Erdbeben immer wieder Schlüsselgerichte Gottes, zum Beispiel in der siebten Zornschale. Dort ist die Rede von einem so schweren Erdbeben, wie es die Menschheit noch nicht erlebt hat. Berge auf der ganzen Erde werden dem Erdboden gleichgemacht. Inseln verschwinden, ganze Städte werden zerstört. Für Gläubige muss ein so schlimmes und zerstörerisches Erdbeben ein Akt Gottes sein. Gottes Urteile im Buch der Offenbarung sind zum Teil Steigerungen der Naturphänomene, die wir heute sehen. Ich glaube nicht, dass man heute die Erde betrachten und sagen kann, so ist es und so wird es sein. Es ist buchstäblich ein übernatürliches Ereignis. Wissenschaftler versuchen, große Erdbeben zu verstehen und vorherzusagen. Einer der führenden Experten ist Thomas Jordan, Leiter des südkalifornischen Erdbebenzentrums. Unter den Naturkatastrophen fordern Erdbeben die meisten Todesopfer. Seit Beginn der Geschichtsschreibung sind uns 20, 21 Erdbeben bekannt, die über 50.000 Menschenleben gefordert haben. Erdbeben ereignen sich entlang der Verwerfungslinien, also dort, wo sich die Kontinentalplatten übereinander schieben. Die Erdplatten wiegen Billionen von Tonnen, deshalb ist die bei einem Erdbeben frei werdende Energiemenge immens. Die Insel Patmos, wo das Buch der Offenbarung geschrieben wurde, liegt in einer seismisch sehr aktiven Gegend. Sehr wahrscheinlich hat Johannes auf Patmos die Schrecken von Erdbeben am eigenen Leib erfahren. Dasselbe gilt für seine ersten Leser, die Christen, die im Osten des Römischen Reichs lebten. Ihnen war die Ursache der Erdbeben klar. Sie waren das Urteil eines zornigen Gottes. Zum Schluss des Kapitels der sieben Zornschalen Gottes, wenn das große Erdbeben geschieht, herrscht große Furcht unter den Menschen. Und sie verstehen, dass sie dem Zorn Gottes entgegensehen. Heute versuchen Experten, wissenschaftliche Erkenntnisse aus diesen Katastrophen zu gewinnen. In Kalifornien haben Geologen tief in der San Andreas-Spalte, einer der weltweit gefährlichsten Erdbebenverwerfungslinien, empfindliche Instrumente installiert. Derzeit steht die Erdbebenforschung vor der Situation, Erdbeben noch nicht mit Sicherheit vorhersagen zu können. Hier wurde zum allerersten Mal in eine aktive tektonische Verwerfung gebohrt. Mithilfe der Beobachtungsstation mitten in der Verwerfungsgegend wollen Seismologen feststellen, ob Erdbebenvorhersagen überhaupt möglich sind. Eines ist Wissenschaftlern klar. Wir wissen, dass die Ereignisse stattfinden, nur nicht wann. Wer an die sieben Zeichen glaubt, sieht eine weit mächtigere Kraft entfesselt. Ich bin mir nicht sicher, ob wissenschaftliche Erklärungen überhaupt nötig sind. Wenn Gott ein Erdbeben beschließt, dann lässt er es einfach geschehen. Wir wissen, wodurch Erdbeben ausgelöst werden. Und wir wissen, dass sie auch in Zukunft stattfinden. Aber was müsste heute geschehen, um ein Erdbeben als ein vermeintliches Zeichen Gottes anzusehen? Um die Prophezeiung zu erfüllen, müsste es eine gewaltige Serie globaler Erdbeben geben, die die an den Verwerfungen gelegenen Städte erschüttern. San Francisco, Tokio, Shanghai, Athen, Istanbul. Auf der Liste stünden auch einige amerikanische Städte, besonders die in der Nähe der San Andreas Verwerfung gelegenen. Sie verläuft vom südlichen Ende der USA durch die urbanen Gegenden von Los Angeles und San Francisco bis in den Norden Kaliforniens. Alina Dorian hat sich beruflich intensiv mit so einer Katastrophe beschäftigt. Der kritischste Zeitpunkt für ein Erdbeben wäre die Geschäftszeit. Der Großteil der Bevölkerung hielte sich an riskanten Orten wie Bürohochhäusern oder Straßen auf. Die Kinder wären in der Schule und von der Familie getrennt. Das wäre ein fürchterlich heftiges Ereignis. Der Boden könnte sich um drei bis sechs Meter bewegen. Es würde so heftig wackeln, dass die Menschen nicht mehr stehen könnten und hinfielen. Sich in der Nähe hoher Gebäude aufzuhalten, aus welchen die Fenster herausfielen, wäre ebenfalls sehr gefährlich. Alle Gegenstände, die aus nennenswerter Höhe fallen, sind wie Geschosse. Die Fenster in den Hochhäusern, die so konzipiert wurden, dass sie starkem Wind standhalten, sind wie Fallbeile. Allein dies würde ein riesiges Trauma verursachen. Alte Backsteingebäude würden in sich zusammenfallen. Dasselbe gilt für ältere Stahlbetonskelettbauwerke. Die Stockwerke würden aufeinanderfallen wie ein Stapel Pfandkuchen mit dazwischen eingeklemmten Menschen. Es gäbe Amputationen, Lungenkollapse, Quetschungen oder man verblutet, weil man nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommt. Selbst die modernen Stahlskelettwolkenkratzer in Los Angeles, die für starke Erdbeben konzipiert wurden, wären nicht absolut sicher. Die Gebäude würden zumindest schwanken und bei einem so starken Beben würden wir davon ausgehen, dass einige dieser Gebäude auch einstürzen. Das Erdbeben wäre innerhalb weniger Minuten zu Ende. Aber für die, die das Beben überleben, würde das Grauen erst beginnen. Durch defekte Gasleitung und Hochspannungskabel verursachte Brände würden sich über das ganze Stadtgebiet verbreiten. Wenn genügend Brände gleichzeitig entfachen, ist man nicht mehr in der Lage, sie zu löschen. Stattdessen werden die Brände immer größer und größer, bis sie schließlich zu einer Feuersbrunst ausgewachsen sind. Ein Großbrand nach dem Beben könnte wegen zerstörter Wasserleitung und Fahrbahn in Los Angeles Tage oder Wochen lang wüten. Unzählige in eingestürzten Gebäuden gefangene und schwer verletzte Menschen könnten verbrennen. Irgendwann würde selbst ein so großes Feuer von selbst erlöschen, aber die Überlebenden würden weiterhin leiden. Es ist nicht nur der Tod, der ist schlimm, aber die Überlebenden brauchen ein halbes bis zwei Jahre, bis wieder Normalität hergestellt ist. Und das gilt nicht nur für Kranke, sondern für Heimat- und Obdachlosgewordene, für Leute, die ihre Arbeit, ihren Besitz, ihre Familien verloren haben. Es ist unglaublich schwierig, nach so einem Erdbeben wieder zur Normalität zurückzugelangen, für Individuen, Systeme oder Unternehmen. Die Konsequenzen sind enorm. Und das ist nur eine Stadt, in einem Land auf der ganzen Erde. Unvorstellbar sind die Konsequenzen von weltweit simultan stattfindenden Erdbeben, vor allem in Entwicklungsländern. Die Häuser halten dem nicht stand, die Menschen können nirgendwo hin. Außerdem herrscht dort eine hohe Bevölkerungsdichte. Das muss man auch alles bedenken. Eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Erdbeben sind eine Warnung. Sie fanden seit Menschengedenken statt. Doch sind sie ein Hinweis darauf, dass Gott die Welt noch kontrolliert? Das folgende Zeichen dreht sich um eine weniger bekannte, dafür noch verheerendere Katastrophe. Der Tod von oben, verursacht durch eine der mächtigsten Kräfte des Universums. Bei den Untersuchungen der sieben Zeichen wurde klar, dass die prophezeiten Schrecken eintreten können. Für fromme Menschen, die an die Prophezeiung glauben, sind die Beweise deutlich. Gott schickt Zeichen um Zeichen und Ereignis um Ereignis, um die Menschen wachzurütteln. Liefern uns diese Anzeichen Hinweise darüber, wie die Welt untergehen und wann das jüngste Gericht eintreten könnte. Das Buch der Offenbarung soll das Bild der völligen Zerstörung der Erde als Vorbereitung auf den Tag des jüngsten Gerichts zeichnen. Die moderne Wissenschaft bestätigt sogar einige jüngste Gerichtsszenarien, die in den Prophezeiungen vorhergesagt wurden. Wissenschaftler sind sich einig, dass viele Weltuntergangsszenarien den Phänomenen und Katastrophen ähneln könnten, die in der Offenbarung beschrieben werden. Die Prophezeiungen im Buch der Offenbarung sind ein Crescendo von Katastrophen. Sieben Zeichen innerhalb von sieben Zeichen innerhalb von weiteren sieben Zeichen. Als wäre das nicht schon erschreckend genug, aber es gibt noch mehr Zeichen zu untersuchen. Das nächste Zeichen bedroht etwas derart Wichtiges, ohne dass es auf der Erde kein Leben gäbe. Jeden Tag geht unsere Sonne auf, bringt Licht und Wärme und ermöglicht so überhaupt erst Leben auf der Erde. Die bloße Existenz unserer Erde beruht auf den Sonnenstrahlen. Aber wir erforschen ja gerade die sieben Zeichen. Was wäre, wenn Sonne und Sterne Tod, Vernichtung und Dunkelheit bringen würden? Die biblische Prophezeiung besagt, wenn die vierte Posaune ertönt, bricht im Himmel die Hölle aus. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Buch der Offenbarung, Offenbarung 6, Vers 12. Das sechste Zeichen. Die Verdunkelung der Sonne. Die Sonne verdunkelt sich, und der Mond taucht in Blut. Hierbei handelt es sich um eine Übergangsphase zum Zorn Gottes oder zur großen Trübsal. Die Verdunkelung der Sonne, von der in der Prophezeiung gesprochen wird, ist meines Erachtens nichts von Menschenhand verursachtes, sondern es ist Gott selbst, der das Licht ausdreht. Die Sonne war für die Menschheit schon immer ein Objekt der Furcht und der Verehrung zugleich. Sonnenfinsternisse lösten bei unseren Vorfahren Panik aus. So entsetzlich war diese Erfahrung für sie. Aber dieses düstere Zeichen warnt vor mehr als nur den flüchtigen Effekten einer Finsternis. Bedeutet das sechste Zeichen eine dauerhafte Verdunkelung der Sonne? Werden wir in eine so verheerende kosmische Finsternis getaucht, dass man dies als Akt Gottes oder ein Zeichen der Apokalypse deuten kann? Wissenschaftler bestätigen diese Möglichkeit überraschenderweise. Und ironischerweise könnte die völlige Verdunkelung der Erde mit dem hellsten Licht im Universum beginnen. Gammastrahlen sind Teil des elektromagnetischen Spektrums und sehr hell. Gammastrahlen werden durch elektromagnetische Strahlung erzeugt und entstehen beim Zerfall von radioaktivem Material. Normales Licht ist wie eine... Sicher inspirierten Erzählungen von Kometen und Meteoren, die auf die Erde trafen, die Vision des Johannes. Im Laufe der Geschichte haben immer wieder Himmelsphänomene wie Kometen und Meteore die Menschen zutiefst verunsichert. Zu biblischen Zeiten gab es nur eine Macht, die Sterne vom Himmel fallen lassen konnte. Die plausibelste Erklärung war, dass Gott etwas tat, um seinen Unmut auszudrücken. Bibelwissenschaftler entdeckten ein immer wiederkehrendes Wort in der Bibel, das direkt mit den Prophezeiungen in Verbindung steht. Ein Stern, der seinen Namen einer bitterschmeckenden Pflanze verdankt. Wermut, im Englischen Wormwood. Und der dritte Engel stieß in die Posaune und er fiel ein großer Stern vom Himmel und der Name des Sternes heißt Wermut. Könnte diese Prophezeiung durch einen Asteroideneinschlag auf der Erde in Erfüllung gehen? Die Wormwood-Prophezeiung ist unheimlich. Sie verheißt Zerstörung und Tod für Menschen, Tiere und Pflanzen. Ein so schwerwiegendes Ereignis wird von der modernen Technologie ausfindig gemacht werden. Was Religion als Prophezeiung interpretiert, ist für Wissenschaftler wie Dr. Philip Laid Realität. Die mit Abstand größte Gefahr aus dem Himmel ist der Aufprall eines Asteroiden. Wählt man den Betrachtungszeitraum groß genug, wird es passieren. 100 Prozent. Ein großer Felsbrocken wird die Erde treffen, garantiert. Darauf kann man wetten. Die Erde wird regelmäßig von Meteoren getroffen. Meteore, die ernsthaft Schaden anrichten können, schlagen im Schnitt alle 100 Jahre ein. Könnte ein Asteroideneinschlag die Erde vollkommen zerstören? Einen Aufprall hat es bereits gegeben. Ein Eisenklotz von rund 45 Metern Durchmesser schlug vor 50.000 Jahren hier draußen in der Wüste ein. Die dabei freigesetzte Energie entsprach etwa 20 Megatonnen, also 20 Millionen Tonnen TNT, das gleichzeitig explodiert. Wissenschaftler sind der Meinung, dass vor 65 Millionen Jahren ein Asteroid mit der Erde kollidierte und einen unglaublichen Schaden verursachte. Unser Planet war verbrannt, eingeäschert. Ein 9,5 Kilometer großer Fels, größer als der Mount Everest, schlug auf der Yucatan-Halbinsel im Golf von Mexiko ein. Die frei werdende Energie war unglaublich. So viel Masse bei einer derartigen Geschwindigkeit entspricht 100 Millionen Megatonnen Energie. Die Energie also von 100 Millionen Tonnen Wasserstoffbomben. Der 9,5 Kilometer große Asteroid verursachte einen entsetzlichen Schaden. Die kinetische Energie wurde in Hitze umgewandelt. Beim Aufprall auf die Erdkruste verursachte sie eine gigantische Dunstglocke aus verdampftem Meerwasser und geschmolzenem Fels. Es entstanden Flutwellen, bestimmt 100 Meter hohe Tsunamis. Die Erde wurde erschüttert wie von einem Erdbeben der Stärke 12. Über den gesamten Planeten verstreute Trümmer traten wieder in die Atmosphäre ein und heizten sich wie Sternschnuppen mit rund 20 Millionen Megatonnen Energie auf. Binnen weniger Stunden tobte auf allen Kontinenten das Feuer. Es war buchstäblich die Hölle auf Erden. Kann ein Asteroid eine Apokalypse auslösen? Es gibt Anzeichen, dass es bereits geschah, nur noch nicht für den Menschen. Der Zusammenprall mit einem Asteroiden kann also passieren. Es stellt sich nur die Frage nach dem Wann. Das Arecibo-Observatorium beobachtet seit 1963 Objekte in unserem Sonnensystem und war bis vor kurzem das größte Teleskop der Welt. Radioteleskope wie das von Arecibo funktionieren nicht wie optische Teleskope, sondern elektronisch, wie Radargeräte. Mit dem 1 Megawatt-Radarsystem, vielleicht dem stärksten der Welt, beobachten wir Asteroiden und bekommen sehr präzise Informationen über ihre Flugbahn. Wir können unser Wissen über den Orbit von Objekten verbessern und beurteilen, ob sie eine Gefahr darstellen oder nicht. Die Erkenntnisse von religiöser und wissenschaftlicher Seite sind gleich alarmierend. Uns können Objekte gefährlich werden, die erheblichen Schaden anrichten können. Ab einem Durchmesser von 150 Metern ist das der Fall. Objekte in dieser Größe gibt es schätzungsweise 10.000 bis 20.000 und von 10.000 bis 30 Prozent davon wissen wir, wo sie sind. Vorsichtig geschätzt können 7.000 bis 14.000 Asteroiden für die Erde eine Gefahr darstellen. Ein kleinerer von 90 Metern Durchmesser könnte immerhin noch eine Stadt von der Größe Tokios zerstören. Wenn einer dieser Asteroiden die Wermut-Prophezeiung erfüllt, dann entsteht eine apokalyptische Zerstörung, wie sie die Menschheit noch nicht erlebt hat. Wenn ein Asteroid von mehreren hundert Metern Durchmesser, also in der Größe eines Fußballstadions, in die Erdatmosphäre eintritt, wird er sehr heiß. Wenn Sie zum Beispiel in New York stehen würden und er dort einschlüge, würden Sie am Himmel einen riesigen Feuerball sehen und Sie würden die Hitze spüren, wie von einer zweiten Sonne. Beim Näherkommen des Wermut-Asteroiden würde die Hitze immer stärker. Es wird immer heißer, als steckten Sie den Kopf in den heißen Backofen. Sie würden Feuer fangen und die Gebäude der Stadt ebenso. Binnen weniger Sekunden würde ganz Manhattan in Flammen stehen. Aber das Feuer würde nicht lange andauern. Das Feuer erlischt, sobald der Felsbrocken aufschlägt. Der Wermut-Asteroid würde einen enormen Krater schlagen. Durch die gewaltige Schockwelle würden die Häuser kilometerweit niedergerissen. Die Druckwelle und die Hitze würden wahrscheinlich die Insel Manhattan vollständig zerstören. Der unglaubliche Aufprall von Wormwood würde ein Drittel der Meeresfauna sowie die Küstenlinien zerstören. Das Meer würde vergiftet werden. Menschen, Pflanzen und Tiere würden sterben. Es entstünde eine kolossale Zerstörung von globalem Ausmaß. Noch verheerender für den Menschen wäre ein Phänomen, das sich in den Jahren nach dem Aufprall auswirkt. Der sogenannte Asteroiden-Winter. Das aus dem Krater emporgeschleuderte Material verdunkelt das Sonnenlicht. Wenn es lange genug dunkel bleibt, wird die Photosynthese eingestellt, was zu Pflanzensterben und zur Unterbrechung der Nahrungsmittelkette führt. Wir sprechen hier über unzählige Tote. Die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft wären gewaltig. Und in unzähligen Gegenden könnten keine Nutzpflanzen mehr angebaut werden. Hierbei handelt es sich also um Langzeiteffekte. Sie könnten jahrelang anhalten. Der Tod könnte also vom Himmel kommen, wie es der Prophet Johannes im Buch der Offenbarung beschreibt. Aber Wermut ist nur der Anfang auf dem Weg zur ultimativen biblischen Apokalypse. Könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis eine Plage Millionen von Menschen dahin rafft? Die sieben Zeichen der Apokalypse beschreiben furchtbare Katastrophen. Aber für diejenigen, die an die Prophezeiungen der Endzeit glauben, ist das Schlimmste schon im Anmarsch. Krankheiten. Jede Zivilisation seit Menschengedenken fürchtet sie. Selbst heute versetzen Epidemien die Menschheit in Angst und Schrecken. 2003 waren 29 Länder von SARS, dem schweren akuten Atemwegsyndrom, betroffen. Seit 1972 hat die Malaria fast 100 Millionen Menschen getötet. Und Vogel- oder Schweinegrippe könnten jederzeit eine weltweite Pandemie entfachen. Diese Krankheiten stehen in Verbindung mit einem der sieben Zeichen. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd und dessen Name ist der Tod. Dies ist eines der erschreckendsten Zeichen der gesamten Prophezeiung. Im gesamten Buch der Offenbarung gibt es zahlreiche Analogien zu Plagen. Zuallererst das fahle Pferd. Ich denke, dieses Pferd repräsentiert den Auslöser von Krankheiten und Plagen auf der Erde. Plagen treten mit Sicherheit ein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Kräfte der Hölle sind entfesselt. Es gibt Plagen, Krankheiten und die verschiedensten Todesarten. In der Bibel wird beschrieben, dass ein Viertel der Menschheit umkommen wird. Ein Viertel der Weltbevölkerung. Das sind über eine Milliarde Menschen. Tod. Das ist eine kaum vorstellbare Zahl. Ist da draußen wirklich etwas, das der Menschheit in dem Ausmaße Leid zufügen könnte? Auch hier kann die Wissenschaft Antworten liefern. Wir haben etwa alle zehn Jahre eine schlimme Virusart und alle hundert Jahre ein katastrophales pandemisches Virus. Das wissen wir. Das ist nichts Neues. Ein Blick auf unsere Geschichte genügt. Plagen und Pandemien reichen in der Menschheitsgeschichte zurück bis zu den Anfängen der Aufzeichnungen. Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, als Johannes auf der Insel Patmos das Buch der Offenbarung schrieb, waren Teile des heutigen Libyen, Ägypten und Syrien betroffen. Johannes hatte sicher Kenntnisse über diese Ausbrüche. Doch die tödlichste aller Plagen trat im Mittelalter auf. Der Schwarze Tod. In den 1340er Jahren wütete in Europa die Beulenpest und raffte 25 bis 50 Millionen Menschen dahin. Die Krankheit verursachte beulenartig geschwollene Lymphdrüsen, daher der Name Beulenpest. Bis zum Jahr 1400 hat die Krankheit weltweit 100 Millionen Todesopfer gefordert und die Bevölkerung Europas um 50 Prozent dezimiert. Im Mittelalter suchten viele die Antwort in der Bibel und glaubten, dass die Plage die Strafe Gottes war. Ein Feldforscher macht auf Grönlands Eiskappe eine beunruhigende Entdeckung. Die Veränderungen, die ich vorfand, waren viel zu extrem. Da war noch etwas anderes am Werk. 2005 in Florida. Der Strand ist voller toter Meerestiere. Es scheint völlig unmöglich, doch die Heilige Schrift prophezeit, dass alles Leben im Meer sterben wird. 2004 löst ein Seebeben im Indischen Ozean einen verheerenden Tsunami aus und Experten befürchten das Schlimmste. Ein globales Erdbeben, so gewaltig, wie es in der Menschheitsgeschichte noch nie vorkam. 2009 bereiten sich Forscher auf eine weltweite Pandemie vor. Ich mache mir größte Sorgen. Ich bin an vorderster Front. Ich habe Familie. Sind das die von der Bibel prophezeiten Zeichen? Die biblischen Vorhersagen sind wie ein hochmoderner Nachrichtendienst des allmächtigen, allwissenden Gottes. Steuern wir unserem Ende entgegen? Chaos würde ausbrechen. Ein Riesenchaos. Erleben wir womöglich gerade die sieben Zeichen der Apokalypse. Im Laufe der Geschichte hat jede Zivilisation über ihren eigenen Untergang nachgedacht. Apokalypse kann man mit dem Lüften eines Schleiers übersetzen, der Enthüllung von etwas, das der Menschheit verborgen war. Den Schlüssel zur christlichen Prophezeiung der Apokalypse findet man im Buch der Offenbarungen, dem letzten Buch des Neuen Testaments. Die Offenbarung wurde von dem Propheten Johannes um 100 nach Christus auf Patmos geschrieben. Es ist das rätselhafteste und umstrittenste Buch der ganzen Bibel. Das Buch der Offenbarung soll das Bild der völligen Zerstörung der Erde als Vorbereitung auf den Tag des jüngsten Gerichts zeichnen. Gottes Plan für den Weltuntergang. Und im Buch der Offenbarung wird dieser Plan als Schriftrolle mit sieben Siegeln beschrieben. Johannes auf Patmos sagte vorher, dass jedes aufgebrochene Siegel eine weitere Katastrophe nach sich ziehe. Ein weiteres Zeichen des nahenden Weltuntergangs. Die Menschheit fürchtet diese Prophezeiung seit fast zwei Jahrtausenden. Seit Jesu Tod und Wiederauferstehung gab es unzählige falsche Messiasse, die das Ende vorhersagten. Wie dem auch sei, jeder Mensch, ob Atheist oder Scientologe, ob Hindu oder Christ, ob Katholik oder Jude, jeder weiß, dass die Apokalypse naht. Könnte die vor fast 2000 Jahren niedergeschriebene biblische Prophezeiung der sieben Zeichen jetzt wahr werden? Und kann die moderne Wissenschaft das Auftauchen der biblischen Zeichen bestätigen? Wissenschaftler sind sich einig, dass die Welt untergehen wird. Wissenschaftler sind sich auch einig, dass Weltuntergangsmerkmale, Phänomenen und Katastrophen ähneln, die in der Offenbarung beschrieben werden. Nicht einig sind sie sich darüber, ob dies Gottes Wille ist, wie in der Offenbarung prophezeit, oder ob es einfach ein zufälliges oder zwangsläufiges Ereignis ist. Laut dem Buch der Offenbarung sind die Warnzeichen, die den Beginn der Prophezeiung kennzeichnen, deutlich. Die vier apokalyptischen Reiter. Bibelwissenschaftler haben ihre Symbolik entschlüsselt. Je ein Reiter auf einem weißen, einem roten, einem schwarzen und einem aschfarbenen Pferd, die alle Schreckliches mitbringen. Wenn die Prophezeiung beginnt, ist der Schrecken, den die vier Reiter bringen, bereits angekommen. Der vierte Reiter auf dem aschfarbenen Pferd symbolisiert die Plage. Und als es das vierte Siegel öffnete und ich sah, ein fahres Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Der vierte apokalyptische Reiter ist eine unheimliche Prophezeiung. Das aschfahle Pferd steht für weltweite Plagen. Der Reiter steht für den Tod. Ein Großteil der Bevölkerung wird sterben. Trotz medizinischem Fortschritt sind Krankheiten weltweit Todesursache Nummer eins. Jedes Jahr sterben allein an Malaria über eine Million Menschen. Die Bedrohung durch eine weltweite Pandemie ist selbst für Fachärzte furchteinflößend. Ich mache mir größte Sorgen. Ich bin an vorderster Front. Ich habe Familie. Meine Kinder sind für diese Krankheiten gerüstet. Im Nachhinein ist es fast immer zu spät. Wir müssen uns viel stärker darauf konzentrieren, Impfstoffe und vorbeugende Maßnahmen gegen diese Krankheiten zu finden, bevor sie ausbrechen. Und Plagen sind nur ein Zeichen. Der dritte Reiter auf dem schwarzen Pferd steht für eine weitere Dimension der Vernichtung. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Das schwarze Pferd steht für Tod und Hungersnot. Erhöhter Einsatz von Nutzpflanzen zur Biotreibstoffgewinnung ist für die weltweite Nahrungsmittelknappheit in den letzten Jahren mitverantwortlich. Womöglich ist das erst der Anfang. Die Nahrung reicht nicht für alle Menschen. Es wird ein Massensterben geben. Die gewaltige Lebensmittelknappheit wird zu großen Hungersnöten führen. Eine Katastropheneinsatzexpertin erläutert, wozu Nahrungsmittelknappheit führt. Chaos bricht aus. Ein Riesenchaos. Regeln werden missachtet, denn sofort würde der Überlebensmodus einsetzen. Nur noch man selbst und die eigene Familie sind einem wichtig. Man isst sich selbst der Nächste und nimmt seinem Nachbarn im Zweifel das Brot weg. Der zweite Reiter bringt eine noch größere Verheerung. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und ihm wurde gegeben, damit sie einander hinschlachten sollten. Das rote Pferd steht für Krieger und Konflikte auf der Erde. Beweise für dieses Zeichen umgeben uns bereits. Krieg, Völkermord, Terrorismus. Überall auf dem Globus gibt es unvorstellbares Leid. Aber wohin führt das alles? Wissenschaftler und Religionsexperten sind sich einig, dass die Vernichtung der Menschheit möglich ist. Jerry Jenkins, der Co-Autor von Die letzten Tage der Erde, glaubt, Naturkatastrophen scheinen immer schlimmer zu werden. Kriege und Konflikte zwischen Nationen finden erstens häufiger und zweitens globaler statt. Es scheint, als steuerten wir auf etwas ganz Verheerendes zu. Die Zeichen des vierten, dritten und zweiten Reiters umgeben uns bereits. Aber den größten Schrecken ruft der erste Reiter hervor. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Die dunkelste Figur in der Bibel, direkt nach dem Teufel, ist der erste Reiter, der Antichrist. Bezüglich dieser Figur gibt es verschiedene Interpretationen. Menschen unterstellen die Existenz eines Antichristen und denken dabei an Horrorfilme, an 666 und einen Besessenen mit flammenden Augen. Aber er schreit nicht in Stadien, die mit Hakenkreuzen geschmückt sind und die Menschen sagen nicht... Er wird den Frieden predigen, und zwar in einer Zeit wie der heutigen, die geprägt von Krieg und Zwietracht ist. Er wird so überzeugend und friedliebend sein, dass die Menschen sich zu ihm hingezogen fühlen und sich lieber von ihm anstatt von all den Politikern leiten lassen wollen. Laut dem Buch der Offenbarung wird sich der Antichrist letztendlich der dunklen Seite zuwenden. Er spielt eine entscheidende Rolle beim letzten Zeichen, dem endzeitlichen Krieg. Armageddon. Der Schlüssel zu der restlichen Prophezeiung ist die Zahl 7. Der Autor der Offenbarung wurde, wie auch die anderen ersten Christen, als Jude geboren und erzogen. Und die heilige Zahl in der hebräischen Bibel ist die 7. Die Anzahl der Tage, in welchen Gott die Welt erschuf. Später kam eine Hungersnot, die 7 Jahre dauerte. Zuvor bescherte Gott Ägypten 7 fruchtbare Jahre. Dieses Thema, die Zahl 7, wiederholt sich immer wieder in der Bibel und gelangt im Buch der Offenbarung zur Vollendung. Die Gerichte im Buch der Offenbarung werden zunehmend heftiger. Zunächst kommen die 7 Siegel, dann die 7 Trompeten und die 7 Schalen. Ein kontinuierlicher Fluss, aber mit einem Crescendo. Und dieses Crescendo hat erst begonnen. Das nächste Zeichen ist die globale Vernichtung, vom Himmel selbst geschickt. Die 7 Zeichen im Buch der Offenbarung sagen weit mehr voraus, als die 7 Katastrophen, die über die Menschen kommen. Die komplizierte Prophezeiung beschreibt 7 Katastrophen in 7 Zeichen innerhalb weiterer 7 Zeichen. Und ein bestimmter globaler Albtraum kommt wahrhaft vom Himmel. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Und der Himmel entwich, und die Könige der Erde verbargen sich in den Knüften und in den Felsen der Berge. Vom Himmel fallende Objekte werden in der Offenbarung mehr als nur einmal erwähnt. Im Buch der Offenbarung wird Johannes' Vision, wie die Sterne vom Himmel fallen, beschrieben. Das kann ein heftiger Meteoritenschauer sein oder ein Meteoreinschlag oder ein Asteroidenaufprall auf der Erde. ...der Antroid impact on planet Earth.